Die Heilige Schrift in der Konkordantenwiedergabe von 1939 Zutritt zu Gottes ursprünglichem Wort, zu dem von ihm selber inspirierten Urtext, dem deutschen Leser leichter zu machen, ist der Zweck der Konkordantenwiedergabe. Sie soll ihn direkter heranführen an den Wortschatz, den Gott selber zu seiner Offenbarung erwählte, und ihm die Mittel in die Hände geben, die menschliche Übertragung desselben in heutige Sprachen zur eigenen Befriedigung nachzuprüfen. Das Evangelium nach Matthäus Rolle des Stammbaums Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams Abraham zeugt den Isaak, Isaak aber zeugt den Jakob, Jakob aber zeugt den Judah und seine Brüder Judah aber zeugt den Pharis und den Zara von der Tamar Pharis aber zeugt den Esrom Esrom aber zeugt den Aram Aram aber zeugt den Aminadab Aminadab aber zeugt den Nahasson Nahasson aber zeugt den Salmon Salmon aber zeugt den Boas von der Rahab Boas aber zeugt den Obed von der Ruth Obed aber zeugt den Isai Isai aber zeugt den David, den König David aber zeugt den Salomo von der Frau des Uria Salomo aber zeugt den Rehabeam Rehabeam aber zeugt den Abia Abia aber zeugt den Asaf Asaf aber zeugt den Josaphat Josaphat aber zeugt den Joram Joram aber zeugt den Usia Usia aber zeugt den Jotham Jotham aber zeugt den Achas Achas aber zeugt den Hiskia Hiskia aber zeugt den Manasse Manasse aber zeugt den Amos Amos aber zeugt den Josia Josia aber zeugt den Jechonia und seine Brüder bei der Entheimatung nach Babylon Nach der Entheimatung nach Babylon aber zeugt Jechonia den Salatil Salatil aber zeugt den Zerubabel Zerubabel aber zeugt den Abiud Abiud aber zeugt den Ilyakim Ilyakim aber zeugt den Asor Asor aber zeugt den Zadok Zadok aber zeugt den Achim Achin aber zeugt den Iliud Iliud aber zeugt den Eleazar Eleazar aber zeugt den Matan Matan aber zeugt den Jakob, Jakob aber zeugt den Josef, den Mann der Maria, von welcher geboren ward Jesus, der benannt wird Christus. Alle die Generationen nun von Abraham bis David sind 14 Generationen und von David bis zur Entheimatung nach Babylon sind 14 Generationen und von der Entheimatung nach Babylon bis auf den Christus sind 14 Generationen. Jesu Christi Zeugung aber war also. Als seine Mutter Maria dem Josef verlobt war, ehe denn sie zusammenkamen, ward sie schwanger erfunden von Heiligem Geist. Josef aber ihr Mann, der gerecht war und sie nicht wollte an den Pranger stellen, beschloss, sie heimlich zu entlassen. Da er aber sich dies überlegte, siehe, da erschien ihm ein Bote des Herrn im Traumgesicht und sagte, Josef, Sohn Davids, nicht fürchten sollst du dich, zu dir zu nehmen, Myriam, dein Weib, denn das in ihr Gezeugte ist aus dem Heiligen Geist. Sie aber wird einen Sohn gebären, und du wirst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dieses Ganze ist aber geschehen, auf das erfüllt werde, was geredet ist von dem Herrn durch den Propheten, der da sagt, Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein, und gebären wird sie einen Sohn, und heißen wird man seinen Namen Immanuel. Das ist verdolmetscht, mit uns ist Gott. Josef aber, vom Schlafe erwachend, tat, wie der Bote des Herrn ihm anordnet, und nahm sein Weib zu sich, und erkannte sie nicht, bis sie den Sohn gebar, und hieß seinen Namen Jesus. Da aber Jesus geboren war in Bethlehem, von Judäa in den Tagen Herodes des Königs, siehe, da kamen Magier daher von den Morgenlanden nach Jerusalem und sagten, Wo ist der geboren wird als König der Juden? Denn wir gewahrten seinen Stern im Morgenlande und kamen, um anzubeten vor ihm. Da aber der König Herodes dies hörte, ward er erregt und das gesamte Jerusalem mit ihm, und er versammelte alle Priesterfürsten und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren wird. Sie aber sagten zu ihm, In Bethlehem von Judäa, denn also ist geschrieben durch den Propheten, Und du, Bethlehem, Land Judas, bist mitnichten die geringste unter Judas Regenten, denn aus dir wird hervorgehen der Regent, der da hörten wird, mein Volk, den Israel. Dann berief Herodes heimlich die Magier und erforschte genau von ihnen die Zeit des erscheinenden Sterns, und sie nach Bethlehem sehend, sagte er, Hingehend ergründet genau in Betreff des Knebleins. Falls ihr aber es findet, so berichtet es mir, damit auch ich komme und anbete vor ihm. Sie aber, da sie den König gehört, gingen hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gewahrten, ging ihnen voran, bis er kam und oben über die Städte gestellt ward, wo das Kneblein war. Da sie aber den Stern gewahrten, freuten sie sich mit überaus großer Freude. Und da sie kamen in das Haus, gewahrten sie das Kneblein mit Maria, seiner Mutter, und niederfallend beteten sie an vor ihm und ihre Schätze auftuend, bringen sie ihm Nahgaben dar, Gold und Weihrauch und Mürre. Und da sie im Traumgesicht Weisungen erhielten, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf anderem Wege in ihre Heimat zurück. Als sie aber zurück sind gezogen in ihre Heimat, siehe, da erscheint ein Bode des Herrn dem Josef im Traumgesicht und sagt, Erwachend, nimm mit das Kneblein und seine Mutter und fliehe nach Ägypten und sei dort, bis ich es dir sollte sagen. Denn Herodes schickt sich an, das Kneblein zu suchen, um es umzubringen. Als er aber erwacht war, nahm er das Kneblein und seine Mutter mit bei Nacht und machte sich davon nach Ägypten und war dort bis zum Verscheiden des Herodes, auf das erfüllt werde, was geredet ist von dem Herrn durch den Propheten, der da sagt, Aus Ägypten rufe ich meinen Sohn. Als dann, da Herodes gewahrte, dass er von den Magiern verhöhnt war, ergrimmte er sehr und hinschickend metzelte er nieder alle Knaben in Bethlehem und in all ihren Grenzen von den Zweijährigen an und darunter nach der Zeit, die er von den Magiern genau erforschte. Dann ward erfüllt, was geredet ist durch Jeremia, den Propheten, der da sagt, Eine Stimme in Rama wird gehört, Jammerns und Schmerzensausbruchs viel. Rahel bejammert ihre Kinder, und wollte keinen Zuspruch, denn sie sind nicht mehr. Als aber Herodes verschieden war, siehe, da erscheint ein Bote des Herrn, dem Josef im Traumgesicht in Ägypten, und sagt, Erwachend, nimm mit das Kneblein und seine Mutter und gehe in das Land Israels, denn gestorben sind, die da suchen die Seele des Knebleins. Als er aber erwacht war, nahm er mit das Kneblein und seine Mutter und kam hinein in das Land Israels. Als er aber hörte, dass Archelaus der König Judäas ist, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Da er aber im Traumgesicht Weisung erhielt, zog er sich zurück in die Gebiete Galiläas. Und als er kam, wohnte er in der Stadt, benannt Nazareth, damit erfüllt werde, was durch die Propheten geredet ist. Eine Nazarener wird man ihn heißen. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer daher, heroldend in der Wildnis Judäas, und sagt, Sinnet um, denn genaht hat sich das Königreich der Himmel. Denn dieser ist es, von dem geredet es durch Jesaja, den Propheten, der da sagt, die Stimme eines Rufers in der Wildnis bereitet den Weg des Herrn, gerade macht die Straßen sein. Er aber, Johannes, hatte seinen Rock aus Kamelhaar und einen ledernen Gürtel um seine Lände. Seine Nahrung aber war Heuschrecken und wilder Honig. Dann ging zu ihm hinaus Jerusalem und das gesamte Judäa und die gesamte Umgegend des Jordan und taufte sich unter ihm in den Jordanfluss, ihre Sünden offen bekennend. Da er aber viele der Pharisäer und Sadduzeer gewahrte, die zu seiner Taufe kamen, sagte er zu ihnen, Otternbrut, wer zeigt euch an, zu fliehen vor dem zukünftigen Zorn? Traget nun Frucht der Umsinnung würdig. Auch sollte euch nicht dünken, ihr möget bei euch selber sagen, zum Vater haben wir den Abraham. Denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen Kinder erwecken dem Abraham. Schon aber liegt die Art an der Wurzel der Bäume. Jeder Baum nun, der nicht edle Frucht trägt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Denn ich zwar taufe euch in Wasser zur Umsinnung, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Nicht gut genug bin ich, dessen Sandalen zu tragen. Derselbe wird euch taufen in heiligem Geiste und Feuer. Er, dessen Wurfschaufel in seiner Hand ist. Und er wird durchreinigen seine Tenne und sammeln sein Getreide in seine Scheune. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Dann kommt Jesus daher, aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um getauft zu werden von ihm. Johannes aber untersagte es ihm und sagte, Ich bedarf wohl, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir? Als Antwort aber sagte Jesus zu ihm, Lass es jetzt zu, denn also geziemt es uns, jede Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt er ihn zu. Getauft aber stieg Jesus sogleich aus dem Wasser und siehe, ihm wurden die Himmel geöffnet und er gewahrte den Geist Gottes herabsteigen als wie eine Taube und kommen auf ihn. Und siehe, eine Stimme aus den Himmeln, die da sagt, Dies ist mein Sohn, der Geliebte, an dem habe ich meine Lust. Dann ward Jesus vom Geiste heraufgeführt in die Wildnis, um versucht zu werden von dem Wiederverwirker und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet, hungerte ihn zuletzt. Und herzukommend sagte zu ihm der Versucher, Wenn du Gottes Sohn bist, so sage, dass diese Steine zu Broten werden. Als Antwort aber sagte er, Es ist geschrieben, nicht von Brot allein wird der Mensch leben, sondern von jedem Spruch, der da ausgeht durch Gottes Mund. Dann nimmt der Wiederwirker ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf den Flügel der Weihestätte. Und er sagt zu ihm, Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich selbst herab, denn es ist geschrieben, seinen Boten wird er deinetalben gebieten und auf den Händen werden sie dich aufheben, damit du nicht an einen Stein stoßest deinen Fuß. Da entgegnete ihm Jesus, Wiederum ist geschrieben, Nicht auf die Probe stellen sollst du den Herrn, deinen Gott. Wieder nimmt der Widersacher ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Königreiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und er sagt zu ihm, Diese alle werde ich dir geben, so du niederfallend und anbetest vor mir. Dann sagt Jesus zu ihm, Gehe weg, Satan, denn es ist geschrieben, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und Gottesdienst darbringen, ihm allein. Dann verlässt ihn der Wiederwirker und siehe, Boten kamen herzu und dienten ihm. Da er aber hörte, dass Johannes überliefert ward, zog er sich zurück nach Galiläa und Nazareth verlassend, kam er und wohnte in Kapernaum am Meere, in den Grenzen Sebulons und Naftalis, auf das erfüllt werde, was geredet ist durch Jesaja, den Propheten, der da sagt, Das Land Sebulon und das Land Naftali, der Weg am Meere jenseits des Jordan, das Galiläa der Nationen, das Volk, das da sitzend in Finsternis, ein großes Licht gewahre es, und die da sitzen im Raume und Schatten des Todes, Licht geht ihnen auf. Von dann an beginnt Jesus zu herolden und zu sagen, Sinnet um, denn genaht hat sich das Königreich der Himmel. Da er aber wandelte am Meere Galiläas, gewahrte er zwei Brüder, Simon, bin an Petrus, und Andreas, seinen Bruder, ein Beutelnetz ins Meer werfend, denn sie waren Fischer. Und er sagte zu ihnen, Herzu, hinter mich, und ich werde euch machen zu Menschenfischern. Sie aber, sofort die Netze verlassend, folgen ihm. Und von dort weiterschreitend, gewahrte er andere zwei Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedois, und Johannes, seinen Bruder, in dem Schiff mit Zebedois, ihrem Vater, ihre Netze zurechtlegend, und er berief sie. Sie aber, sofort das Schiff und ihren Vater verlassend, folgten ihm. Und Jesus führte sie umher in ganz Galiläa, lehrend in ihren Synagogen und heroldend das Evangelium des Königreichs und ließ von jeder Krankheit und jeder Gebrechlichkeit unter dem Folge genesen. Und die Kunde von ihm ging aus in ganz Syrien, und sie bringen zu ihm alle, die übel dran sind, mit mancherlei Krankheiten und bedrückenden Qualen und dämonisch Besessene und Feilsüchtige und Gelähmte, und er lässt sie genesen. Und es folgen ihm viele Scharen von Galiläa und Dekapolis und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Da er aber die Scharen gewahrte, stieg er hinauf auf den Berg, und da er sich setzte, kamen seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sagte, Glückselig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Königreich der Himmel. Glückselig die, die nun trauern, denn ihnen soll zugesprochen werden. Glückselig die Sanftmütigen, da ihnen das Land soll zugelost werden. Glückselig die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen gesättigt werden. Glückselig die sich Erbarmenden, denn sie werden Erbarmen erlangen. Glückselig die Reinen von Herzen, denn sie werden Gott sehen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie sollen Söhne Gottes geheißen werden. Glückselig die Verfolgtwerden der Gerechtigkeit wegen, denn ihrer ist das Königreich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und sagen jedes Böse gegen euch, indem sie lügen meinetwegen. Freuet euch und frohlocket, denn eures Lohnes ist viel in den Himmeln. Denn also verfolgten sie die Propheten, die vor euch waren. Ihr seid das Salz der Erde, so aber das Salz fade wird, mit was soll man es salzen? Nichts vermag es mehr, als nur, dass man es hinauswerfe, um niedergetreten zu werden von den Menschen. Ihr seid das Licht der Welt, die Stadt kann nicht verborgen sein, die oben auf dem Berge liegt. Man brennt doch nicht eine Leuchte und setzt sie unter den Schäfel, sondern auf den Leuchter, und sie erglänzet allen in dem Hause. Also lasst euer Licht erglänzen, vorn vor den Menschen, damit sie eure edlen Werke gewahren und euren Vater in den Himmeln verherrlichen. Nicht sollt ihr meinen, dass ich kam, aufzulösen das Gesetz oder die Propheten. Nicht kam ich aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis das Himmel und Erde sollten vergehen, wird keinesfalls ein Jota oder ein Hörnlein vom Gesetz vergehen, bis das ist alles sollte geschehen. Wer nun auch eines dieser geringsten Gebote auflöst und lehret also die Menschen, den wird man den geringsten heißen im Königreiche der Himmel. Wer aber sie tut und lehrt, diesen wird man groß heißen im Königreiche der Himmel. Denn ich sage euch, so eure Gerechtigkeit nicht überfließend mehr ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr keinesfalls eingehen in das Königreich der Himmel. Ihr hört, dass zu den Altvorderen geredet ward, nicht morden sollst du. Wer aber sollte morden, wird verfallen sein dem Gericht. Ich aber sage euch, dass jeder, der da zürnt seinem Bruder, verfallen sein wird dem Gericht. Wer aber zu seinem Bruder sollte sagen, Racker, wird verfallen sein dem Synidrium. Wer aber sollte sagen, du Thor, wird verfallen sein der Gehenner des Feuers. So du nun deine Nahegabe darbringst auf dem Altar und dort dich erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich habe, so lasse deine Nahegabe dort, vorne vor dem Altar, und gehe zuerst hin, besänftige deinen Bruder und dann komm und bringe deine Nahegabe dar. Sei gutwillig gegen deinen Gerichtsgegner, schnell, während du noch mit ihm bist auf dem Wege, damit nicht der Gerichtsgegner dich überliefere dem Richter und der Richter dem Schergen und werdest in den Kerker geworfen. Wahrlich, ich sage dir, dass du nimmer von dort herauskommen mögest, bis du auch den letzten Heller bezahlest. Ihr hört, dass geredet wart, nicht Ehe brechen sollst du. Ich aber sage euch, jeder, der ein Weib anblickt, um sie zu begehren, treibt schon Ehebruch mit ihr in seinem Herzen. Wenn aber dein Auge, das Rechte, dir zum Fallstrick wird, reiß es heraus und wirf es von dir, denn es frommt dir mehr, dass eins deiner Glieder umkomme und nicht dein ganzer Körper werfe in die Gehenna. Und wenn deine rechte Hand dir zum Fallstrick wird, haue sie ab und wirf sie von dir, denn es frommt dir mehr, dass eins deiner Glieder umkomme und nicht dein ganzer Körper hingehe in die Gehenna. Es ward aber geredet, wer da sollte entlassen sein Weib, der gebe ihr eine Scheidungsurkunde. Ich aber sage euch, jeder, der da entlässt sein Weib, mit Ausnahme eines Falles der Hurerei, macht sie zu einer, mit der die Ehe gebrochen wird. Und so jemand eine Entlassene heiratet, bricht er die Ehe. Wiederum hört ihr, dass zu den Eidvorderen geredet ward. Keinen meinen Eid sollst du schwören, aber erstatten sollst du dem Herrn deine Eide. Ich aber sage euch, allgemein nicht zu schwören, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Noch solltest du schwören bei deinem Haupte, da du nicht ein Haar weiß machen kannst oder schwarz. Es sei aber euer Wort, ja, ja, nein, nein. Was aber über dieses hinausgeht, ist von dem Bösen. Ihr hört, dass geredet ward, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, nicht zu widerstehen dem Bösen, sondern wer dir Backenstreiche gibt auf deine rechte Wange, dem wende auch die andere zu. Und dem, der da will mit dir rechten und dein Unterkleid nehmen, lass ihm auch dein Überkleid. Und wer dich zwingen wird zu einer Meile, mit dem geh zwei. Dem, der dich bittet, gib, und von dem, der da will von dir leihen, sollst du nicht dich abwenden. Ihr hört, dass geredet ward, lieben sollst du deinen Nächsten und hassen deinen Feind. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne werdet eures Vaters in den Himmeln, da er seine Sonne lässt aufgehen über Böse und Gute, und es regnet auf Gerechte und Ungerechte. Denn so ihr liebt, die euch lieben, was habt ihr für Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und so ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Außergewöhnliches? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? So sollt ihr nun vollkommen sein, wie euer Vater, der himmlische, vollkommen ist. Nehmt euch aber in Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht tut, vorn vor den Menschen, um angeschaut zu werden von ihnen. Andernfalls aber habt ihr nicht Lohn bei eurem Vater in den Himmeln. Wenn du nun Almosen gibst, solltest du nicht vorn vor dir herposaunen, ebenso wie die Heuchler tun in den Synagogen und in den Gassen, damit sie verherrlicht werden von den Menschen. Wahrlich, ich sage euch, ausgezahlt ist ihnen ihr Lohn. Du aber, so du Almosen gibst, lasse nicht deine Linke erfahren, was deine Rechte tut, damit dein Almosen sei im Verborgenen. Und dein Vater, der im Verborgenen beobachtet, wird dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, da sie es gerne haben, in den Synagogen und an den Ecken der Plätze zu stehen, um zu beten, damit sie scheinen vor den Menschen. Wahrlich, ich sage euch, ausgezahlt ist ihnen ihr Lohn. Du aber, wenn du betest, gehe in deine Kammer und schließe deine Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen beobachtet, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, solltet ihr nicht plappern, ebenso wie die von den Nationen. Denn es dünkt sie, dass sie mit ihrem Wortschweih sollen erhöhret werden. Ihr nun solltet nicht ihnen gleichen, denn Gott, euer Vater, weiß, wessen ihr bedürfet, bevor ihr ihn bittet. Betet ihr nun also, Unser Vater in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Es komme dein Königreich, es geschehe dein Wille, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser Brot, das Auskömmliche, gib uns heute und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir, erlassen unseren Schuldnern. Und bringe uns nicht in Versuchung hinein, sondern bürg uns vor dem Bösen. Denn so ihr den Menschen ihre Kränkungen vergebt, wird auch euer Vater, der himmlische, euch vergeben. So ihr aber den Menschen ihre Kränkungen nicht vergebt, wird auch nicht euer Vater eure Kränkungen vergeben. Wenn ihr aber fastet, werdet nicht kummervoller Miene, wie die Heuchler, denn sie entstellen ihre Angesichter, damit sie den Menschen fastend erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, ausgezahlt ist ihnen ihr Lohn. Du aber, wenn du fastest, reibe dein Haupt ein und wasche dein Angesicht, damit du nicht den Menschen fastend erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen beobachtet, wird dir vergelten. Nicht speichert euch Schätze auf Erden auf, wo Motte und Rost sie zum Verschwinden bringen und wo Diebe durchgraben und stehlen. Speichert euch aber Schätze im Himmel auf, wo weder Motte noch Rost sie zum Verschwinden bringen und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Des Körpers Leuchte ist dein Auge. So nun dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Körper Licht sein. So aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Körper finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie viel dichter ist dann die Finsternis? Niemand kann zwei Herren sklaven, denn entweder wird er den einen hassen und den Andersartigen lieben, oder er wird für den einen einstehen und den Andersartigen verachten. Nicht könnt ihr Gott sklaven und den Mammon. Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht für eure Seele, was ihr essen oder was ihr trinken mögt, noch für euren Körper, was ihr anziehen mögt. Ist nicht die Seele mehr als die Nahrung und der Körper mehr als der Anzug? Blicket hin auf die Flügler des Himmels, dass sie nicht sehen noch ernten noch sammeln in Scheunen und euer Vater, der himmlische, nährt sie. Seid nicht vielmehr ihr vorzüglicher als sie? Welcher aber von euch kann, indem er sorgt, seinem Vollwuchs eine Elle hinzufügen? Und was sorgt ihr euch um den Anzug? Studiert die Anemonen des Feldes. Wie wachsen sie? Nicht, dass sie sich müheten noch spinnen. Ich aber sage euch, nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit war umhüllt wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes also kleidet, das heute da ist und morgen in den Ofen geworfen wird. Nicht viel eher euch, ihr Kleingläubigen? Nicht solltet ihr nun euch sorgen und sagen, was mögen wir essen? Oder was mögen wir trinken? Oder womit mögen wir uns umhüllen? Denn nach all diesem trachten die aus den Nationen? Denn euer Vater, der himmlische, weiß, dass ihr dieser sämtlichen Dinge bedürfet. Suchet aber zuerst das Königreich und seine Gerechtigkeit und man wird euch dieses alles hinzufügen. So solltet ihr nun nicht euch sorgen für den morgenden Tag, denn der morgende Tag wird für sich selbst sich sorgen. Genügend ist dem Tage sein Übel. Richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet, denn mit welchem Urteil ihr richtet, sollt ihr gerichtet werden, und mit welchem Maße ihr messet, soll euch gemessen werden. Was aber erblickst du das Späenlein in deines Bruders Auge, den Balken aber in deinem Auge bedenkst du nicht? Oder wie wirst du zu deinem Bruder reden? Bruder, lass mich, ich sollte das Späenlein hervorholen aus deinem Auge. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, hole zuerst den Balken hervor aus deinem Auge und dann wirst du scharf blicken, um das Späenlein hervorzuholen aus deines Bruders Auge. Nicht solltet ihr das Heilige den Kötern geben, noch werfen eure Perlen vorn vor die Schweine, damit sie sie nicht niedertreten mit ihren Füßen und sich wenden und euch zerfleischen. Bittet und euch wird gegeben werden, suchet und ihr werdet finden, klopft an und euch wird geöffnet werden. Denn jeder, der da bittet, der erhält und wer da sucht, der findet und dem, der anklopft, wird geöffnet werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, den sein Sohn bitten wird um Brot, er wird ihm doch nicht einen Stein reichen, oder auch er wird um einen Fisch bitten, er wird ihm doch nicht eine Schlange reichen, so nun ihr, die ihr böse seid, wisset gute Gaben zu geben euren Kindern, wie viel mehr wird euer Vater in den Himmeln Gutes geben denen, die ihn bitten. Alles nun, so viel, als ihr auch wollt, dass euch die Menschen tun, also tut auch ihr es ihnen, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Gehet ein durch die enge Pforte, denn breit ist die Pforte und geräumigt der Weg, der der abführt in den Untergang, und viele sind es, die durch sie eingehen, aber was für eine enge Pforte und Weg, der abführt in das Leben, und wenige sind, die ihn finden. Nehmt euch in Acht vor den falschen Propheten, die zu euch kommen im Rocke der Schafe, inwendig aber sind sie räuberische Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, man liest doch nicht etwa von Dornen Weinbeeren oder von Stern liest den Feigen. Also trägt jeder gute Baum edle Früchte, der faule Baum aber trägt böse Früchte. Nicht kann ein guter Baum böse Früchte tragen, noch ein fauler Baum edle Früchte tragen. Jeder Baum, der nicht edle Frucht trägt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. An ihren Früchten werdet ihr sie demnach sicher erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird eingehen in das Königreich der Himmel, sondern der, der tut den Willen meines Vaters in den Himmeln. Viele werden mir erwidern an jenem Tage, Herr, Herr, prophezeien wir nicht in deinem Namen und trieben in deinem Namen Dämonen aus und tun in deinem Namen viele Machttaten und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie erkannt, weichet von mir, die ihr die Gesetzlosigkeit wirkt. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, vergleicht man mit einem besonnenen Manne, der sein Haus auf die Felsen baut und herab tropft der Regen und kamen die Ströme und wehten die Winde und fielen nieder auf jenes Haus und es fiel nicht, denn es gründete sich auf den Felsen und jeden, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, vergleicht man mit einem törichten Manne, der sein Haus auf den Sand baut und herab tropft der Regen und kamen die Ströme und wehten die Winde und stießen an jenes Haus und es fiel und groß war sein Fall und es geschah als Jesus diese Worte vollendet dass sich die Scharen verwunderten ob seiner Lehre denn er lehrte sie wie einer der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schrift gelehrten als er aber herabstieg vom Berge folgten ihm viele Scharen und siehe ein Aussätziger kam herzu betete an vor ihm und sagte her so du willst kannst du mich reinigen und seine Hand ausstreckend rührte er ihn an und sagt ich will sei gereinigt und sofort ist sein Aussatz gereinigt und es sagt Jesus zu ihm sieh zu dass du es niemandem sagst sondern geh hin zeig dich selber dem Priester und bringe die Nahgabe da die Moses anordnet ihnen zum Zeugnis da er aber hineinkam nach Kapernaum kam ein Hauptmann zu ihm der sprach ihm zu und sagte her mein Knabe ist niedergeworfen im Hause gelähmt und zum Verzagen gequält und er sagt zu ihm ich werde kommen auf das er genese und als Antwort entgegnete der Hauptmann her nicht gut genug bin ich daß du eingehst unter mein dach sondern sage nur ein Wort und mein Knabe wird geheilt sein denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untergeordnet und habe Krieger unter mir selber und ich sage zu diesem geh hin und er geht und zum anderen komm her und er kommt und zu meinem Sklaven tue dies und er tut es da aber Jesus es hörte staunte er und sagte zu denen die folgten wahrlich ich sage euch bei niemand in Israel fand ich so viel glauben ich aber sage euch viele werden eintreffen vom Osten und Westen und zu Tische sich lagern mit Abraham und Isaak und Jakob im Königreiche der Himmel die Söhne des Königreichs aber wird man hinauswerfen in die äußere Finsternis dort wird sein das Jammern und Knirschen der Zähne und es sagte Jesus dem Hauptmann geh hin wie du glaubst so geschehe dir und geheilt war der Knabe zu jener Stunde und der Hauptmann zurückkehrend in sein Haus zu derselben Stunde fand den Knaben gesund und da Jesus in das Haus des Petrus kam gewahrte er seine Schwiegermutter niedergeworfen und fiebernd und er rührte ihre Hand an und es verließ sie das Fieber und sie erhob sich und diente ihm da da aber Abend geworden brachten sie zu ihm viele dämonisch Besessene und er trieb die Geister aus mit einem Wort und alle die übel dran sind mit Krankheit ließ er genesen damit erfüllt werde was geredet ist durch Jesaja dem Propheten der da sagt er nahm auf sich unsere Gebrechen und er ist der die Krankheiten trägt da aber Jesus um sich her viele Scharen gewahrte befahl er hinzufahren nach dem jenseitigen Ufer und herzukommend sagte einer ein Schriftgelehrter zu ihm Lehrer folgen werde ich dir wohin du auch gehst und es sagt Jesus zu ihm die Schakale haben Bauer und die Flügler des Himmels ihren Unterschlupf der Sohn des Menschen aber hat nicht wo er das Haupt hin lege ein anderweitiger aber von den Jüngern sagte zu ihm her gestatte mir zuerst hinzugehen und meinen Vater zu begraben Jesus aber sagte zu ihm folge mir und lasse die Toten begraben ihre Toten und als er in das Schiff einstieg folgten ihm seine Jünger und siehe ein großes Beben ward in dem Meer so dass das Schiff von den Wogen bedeckt war er aber schlief und herzukommend weckten sie ihn und sagten her rette uns wir kommen um und er sagte zu ihn was seid ihr verzagt kleingläubige ihr dann sich erhebend schallt er die Winde und das Meer und es ward eine große Stille die Menschen aber staunten und sagten was für ein Mensch ist dieser dass auch die Winde und das Meer ihm gehorchen und da er kam an das jenseitige Ufer in die Gegend der Gergesehener begegneten ihm zwei dämonisch besessene aus den Gräbern herauskommend sehr gefährliche so dass keiner durch jenen Weg vorbeizukommen vermochte und siehe sie schrien und sagten was ist zwischen uns und dir du Sohn Gottes kamst du her vor der gebührenden Zeit uns zu quälen es war aber ferne von ihnen ein Auftrieb von vielen weidenden Schweinen die Dämonen aber sprachen ihm zu und sagten wenn du uns austreibst so schicke uns in den Auftrieb der Schweine und und sagte zu ihnen geht hin da sie aber ausfuhren ging sie in die Schweine und siehe es stürmt der gesamte Auftrieb den Abhang herab in das Meer und sie starben in den Wassern die sie weideten aber flohen und gingen hin in die Stadt und verkündeten alles und das von den dämonisch Besessenen und siehe die gesamte Stadt kam heraus Jesu entgegen und ihn gewahrend sprachen sie ihm zu damit er weiter gehe von ihren Grenzen und in ein Schiff steigend fuhr er hinüber und kam in seine eigene Stadt und siehe sie brachten ein Gelehmten zu ihm auf ein Lager niedergeworfen und Jesus da er ihren Glauben gewahrte sagte zu dem Gelehmten fasse Mut Kind erlassen sind deine Sünden und siehe etliche von den Schriftgelehrten sagten bei sich selbst dieser lästert und da Jesus ihre Überlegungen wahrnahm sagte er warum überlegt ihr Böses in euren Herzen denn was ist leichter zu sagen erlassen sind deine Sünden oder zu sagen erhebe dich und wandle auf das ihr aber wisset dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat auf Erden Sünden zu erlassen dann sagte er zu dem gelähmten erhebe dich nimm auf dein Lager und geh hin in dein Haus und er erhob sich und ging hin in sein Haus Da über zu Gott erholt est und erholt Gott der da gibt solche Vollmacht den Menschen und da Jesus von dort vorüber ging gewahrte er einen Menschen auf dem Zollamt sitzend Matthäus benannt Und er sagte zu ihm, folge mir. Und aufstehend folgte er ihm. Und er befand sich in dem Hause zu Tische liegend. Und siehe, viele Zöllner und Sünder kamen und lagen zu Tische mit Jesus und seinen Jüngern. Und die Pharisäer es gewahrend sagten zu seinen Jüngern, weshalb istet euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Da er es aber hörte, sagte er, Nicht die starken Bedürfen des Arztes, sondern die übel dran sind mit Krankheit. Wenn ihr aber gegangen, lernet, was das sei. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, denn nicht kam ich zu Berufen Gerechte, sondern die Sünder. Dann kommen die Jünger des Johannes zu ihm und sagen, Weshalb fasten wir und die Pharisäer viel, deine Jünger aber fasten nicht? Und es sagte Jesus zu ihnen, Nicht können die Söhne des Brautgemachs trauern, solange als der Bräutigam mit ihnen ist. Kommen werden aber Tage, wenn der Bräutigam von ihnen genommen wird, und dann werden sie fasten. Niemand aber fliegt ein Flicken eines ungeweigten Lappens auf ein Kleid, das alt ist, denn seine Füllung nimmt weg von dem Kleide und der Riss wird Ärger. Noch tut man jungen Wein in Schläuche, die alt sind, andernfalls aber bersten die Schläuche, und der Wein wird vergossen, und die Schläuche kommen um. Sondern man tut jungen Wein in Schläuche, die neu sind, und beide werden erhalten. Als er dieses zu ihnen sprach, siehe, da kam einer, ein Oberster herzu, betete an vor ihm und sagte, Meine Tochter verscheidet jetzt, jedoch komm, lege deine Hand auf sie, und sie wird leben. Und Jesus erhob sich und folgte ihm und seine Jünger. Und siehe, ein Weib, blutflüssig seit zwölf Jahren, kam herzu von hinten und rührte die Quaste seines Kleides an, denn sie sagte zu sich selbst, So ich nur sein Kleid anrühre, werde ich gerettet. Jesus aber wandte sich, gewahrte sie und sagte, Fasse Mut, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und gerettet war das Weib von jener Stunde an. Und da Jesus in das Haus des Obersten kam und die Flötenspieler und den Haufen Gewarte, viel Tumult machend, sagte er, Macht euch davon, denn nicht starb das Dürnlein, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Als aber der Haufe hinausgetrieben war, kam er hinein und fasste ihre Hand und das Dürnlein erwachte. Und dieses Gerücht ging aus in jenes ganze Land. Und da Jesus von dort vorüberging, folgten ihm zwei Blinde, die schrien und sagten, Abarme dich, unser, du Sohn Davids. Da er aber kommt in das Haus, kommt zu ihm die Blinden und es sagt Jesus zu ihnen, Glaubt ihr, ich könne dies tun? Sie sagen zu ihm, Ja, Herr. Dann rührte er ihre Augen an und sagt, Nach eurem Glauben geschehe euch. Und ihre Augen wurden aufgetan. Und Jesus bedrohte sie und sagte, Gehe zu, lasset niemanden es erfahren. Da sie aber herauskam, machten sie ihn ruchbar in jenem ganzen Land. Da sie aber herauskam, siehe, da brachten sie zu ihm einen Taubsturm, dämonisch besessen. Und da der Dämon ausgetrieben war, sprach der Taubstumme. Und es staunten die Scharen und sagten, Noch nie ist es also erschienen in Israel. Die Pharisäer aber sagten, Durch den obersten der Dämonen treibt er aus die Dämonen. Und Jesus führte sie umher in Einstädten und Dörfern, lehrend in ihren Synagogen und heroldend das Evangelium vom Königreich und ließ von jeder Krankheit und jeder Gebrechlichkeit genesen. Da er aber die Scharen gewahrte, jammerte ihn derselbigen. Denn sie waren geschunden und umhergestoßen als wie Schafe, die keinen Hürden haben. Dann sagte er zu seinen Jüngern, Ernte zwar ist viel, der Werker aber sind wenige, flehet nun an den Herrn der Ernte, damit er Werker hinaustreibe in seine Ernte. Und seine zwölf Jünger herzurufend gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, auf dass sie sie austrieben und genesen ließen von jeder Krankheit und jeder Gebrechlichkeit. Die Namen aber der zwölf Apostel sind diese. Der erste, Simon, der benannt wird Petrus, und Andreas, sein Bruder, und Jakobus, der Sohn des Zebidois, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomeus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddeus, Simon, der Kananäer, und Judas, der Iskariote, der ihn auch verrät. Diese zwölf schickte Jesus aus, indem er sie anwies und sagte, In einem Weg der Nationen sollt ihr nicht hineingehen, und in eine Stadt der Samariter sollt ihr nicht hineinkommen. Gehet aber vielmehr zu den Schafen, den Verlorenen des Hauses Israels. Wenn ihr aber gehet, heroldet und saget, Genahet hat sich das Königreich der Himmel. Hinfällige lasset genesen, Tote erweckt, Aussätzige reinigt, Dämonen treibet aus. Umsonst erhiertet ihr es, umsonst gebet es. Nicht solltet ihr Gold, noch Silber, noch Kupfer erwerben in eure Gürtel. Keinen Bettelsack für den Weg, noch zwei Leibröcke, noch Sandalen, noch ein Stab. Denn wert ist der Werker seiner Nahrung. In welche Stadt aber, oder welches Dorf ihr auch eingeht, er gründet, wer darin würdig ist, und dort bleibt, bis ihr solltet hinausgehen. Wenn ihr aber eingeht in das Haus, so grüßet es, und so das Haus zwar würdig ist, so komme euer Friede auf dasselbe. So es aber nicht würdig ist, so wendet sich euer Friede um auf euch. Und wer da sollte euch nicht annehmen, noch auf eure Worte hören. Wenn ihr aus jenem Hause, oder jener Stadt, oder jenem Dorfe herauskommt, schüttelt den Staub ab von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, erträglicher wird es sein dem Lande Sodoms oder dem Lande Gomorras am Tage des Gerichts als jener Stadt. Siehe, ich schicke euch aus wie Schafe in die Mitte der Wölfe. Werdet nun besonnen wie die Schlangen und arglos wie die Tauben. Nehmt euch aber in Acht vor den Menschen. Denn sie werden euch überliefern den Synidrien, und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Aber auch vor Regenten und Könige wird man euch führen, um meinetwillen, zum Zeugnis ihnen und den Nationen. Wenn sie euch aber überliefern, solltet ihr euch nicht darum sorgen, wie oder was ihr solltet sprechen. Denn in jener Stunde wird euch gegeben werden, was ihr solltet sprechen. Denn nicht ihr seid es, die da sprechen, sondern der Geist eures Vaters, der in euch spricht. Es wird aber der Bruder den Bruder überliefern zum Tode, und der Vater das Kind, und Kinder werden aufstehen gegen die Eltern und werden sie bringen zum Tode. Und ihr werdet sein von allen gehasst um meines Namens willen. Der aber ausharrt bis zur Vollendung, dieser wird gerettet werden. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die Anderweitige. Denn wahrlich, ich sage euch, keinesfalls solltet ihr fertig werden mit den Städten Israels, bis das da komme der Sohn des Menschen. Nicht ist der Jünger über seinen Lehrer, noch der Sklave über seinen Herrn. Genügend ist es dem Jünger, dass er werde wie sein Lehrer, und der Sklave wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Besebul zu benennen, wie viel mehr seiner Hausgenossen? Nun, so fürchtet euch nicht vor ihnen, denn nichts ist bedeckt, das nicht aufgedeckt werde, und verborgen, das nicht bekannt werde. Was ich euch sage im Finstern, das saget im Licht. Und was ihr in das Ohr hört, das hier rolltet auf den Flachdächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Körper töten, die Seele aber nicht können töten. Fürchtet aber vielmehr den, der da kann auch Seele und Körper umbringen in der Gehenna. Verkauft man nicht zwei Spätzlein für einen Groschen? Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Von euch aber sind auch die Haare des Hauptes alle gezählt. Nun, so fürchtet euch nicht, ihr seid vorzüglicher als viele Spätzlein. Jeder nun, der sich zu mir wird bekennen vor den Menschen, zudem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater in den Himmeln. Wer mich aber sollte verleugnen vor den Menschen, auch ich werde ihn verleugnen vor meinem Vater in den Himmeln. Nicht solltet ihr meinen, dass ich kam, Frieden zu werfen auf die Erde. Nicht kam ich zu werfen den Frieden, sondern das Schwert. Denn ich kam, zu entzweien den Menschen mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter lieber hat als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter lieber hat als mich, ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer seine Seele findet, wird sie umbringen. Und wer seine Seele umbringt meinetwegen, wird sie finden. Der euch annimmt, der nimmt mich an. Und der mich annimmt, der nimmt den an, der mich ausschickt. Der einen Propheten annimmt in eines Prophetennamen, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Und der einen Gerechten annimmt in eines gerechten Namen, der wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer da sollte einen dieser Kleinen nur mit einem Becher kühlen Trunkes tränken in eines Jüngers Namen? Wahrlich, ich sage euch, keinesfalls würde er seinen Lohn verlieren. Und es geschah, als Jesus vollendet, anzuordnen seinen zwölf Jüngern, dass er von dort weiterging, zu Lehren und zu Herolden in ihren Städten. Da aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und sagte zu ihm, Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen Anderweitigen hoffen? Und als Antwort sagte Jesus zu ihnen, Wenn ihr gegangen, verkündet Johannes, was ihr hört und erblickt. Blinde erblicken und Lahme wandeln, Aussätzige werden gereinigt und Taubstumme hören und Tote erwachen und Amen wird Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer da sollte in keinen Fallstrick geraten durch mich. Da diese aber gingen, begann Jesus zu sagen zu den Scharen von Johannes, Was kommt ihr heraus, in die Wildnis anzuschauen? Ein Rohr vom Winde gerüttelt? Sondern was kommt ihr heraus zu gewahren? Einen Menschen mit weichen Kleidern angetan? Siehe, die, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Sondern was kommt ihr heraus, Einen Propheten zu gewahren? Ja, ich sage euch, auch überaus mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem ist geschrieben. Siehe, ich schicke meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg herrichten wird vor dir. Wahrlich, ich sage euch, nicht hat sich erhoben unter den von Weibern Geborenen ein Größerer als Johannes der Täufer. Der Kleinere aber, im Königreiche der Himmel, ist er größer als er. Von den Tagen Johannes des Täufers aber bis jetzt wird dem Königreich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttätige raffen es an sich. Denn alle die Propheten und das Gesetz prophezeien bis auf Johannes. Und wenn ihr wollt ihn annehmen, er ist Elias, der sich anschickt zu kommen. Der Ohren hat zu hören, der höre. Wem aber soll ich diese Generation vergleichen? Gleich ist sie kleinen Kindern, sitzend in den Märkten, die den Anderweitigen zurufen und sagen, wir flöten euch und ihr tanzt nicht, wir singen Totenlieder und ihr wehklagt nicht. Denn es kam Johannes, weder essend noch trinkend, und sie sagen, einen Dämon hat er. Es kam der Sohn des Menschen, essend und trinkend, und sie sagen, siehe, der Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, der Zöllnerfreund und der Sünder. Und gerechtfertigt war die Weisheit durch ihre Werke. Dann begann er Vorwürfe zu machen den Städten, in denen seine meisten Machttaten geschahen, da sie nicht umsinnen. Wehe dir Korazin, wehe dir Bezeider, wenn in Tyrus und Südorn die Machttaten wären geschehen, die in euch geschehen, längst hätten sie in Sacktuch und Asche sitzend umgesinnt. Indes sage ich euch, für Tyrus und Südorn wird es erträglicher sein am Tage des Gerichts als für euch. Und du, Kapernaum, nicht bis zum Himmel erhöht wirst du werden, bis ins Ungewarte wirst du herabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Machttaten wären geschehen, die in dir geschehen, es würde bleiben bis heute. Indes sage ich euch, dem Lande Sodoms wird es erträglicher sein am Tage des Gerichts als dir. Zu jener Frist antwortete Jesus und sagte, Ich huldige dir, Vater, Herr des Himmels und der Erde, da du dieses verbürgst vor Weisen und Verständigen und es enthüllst den Unmündigen. Ja, Vater, denn also ward es deine Lust vor dir. Alles ward mir übergeben von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und wem der Sohn beschließen mag, ihn zu enthüllen. Herzu zu mir alle, die sich mühen und beladen sind, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist milde und meine Last ist leicht. Zu jener Frist ging Jesus an den Sabbaten durch die Saaten. Seine Jünger aber hungerten und begannen, ihren abzurupfen und zu essen. Die Pharisäer aber, es gewahrend, sagten zu ihm, Siehe, deine Jünger tun, was nicht erlaubt ist, am Sabbat zu tun. Er aber sagte zu ihnen, Laset ihr nicht, was David tat, als ihn hungerte und die mit ihm, wie er einging in das Haus Gottes und sie die Schaubrote aßen, die ihm nicht erlaubt waren zu essen, noch denen mit ihm, außer den Priestern allein? Oder laset ihr nicht im Gesetz, dass an den Sabbaten die Priester in der Weihestätte den Sabbat entheiligen und schuldlos sind? Ich aber sage euch, Einer größer als die Weihestätte ist hier, wenn ihr aber erkannt hättet, was dies ist. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, ihr würdet die Schuldlosen nicht schuldig sprechen, denn Herr des Sabbats ist der Sohn des Menschen. Und da er von dort weiterging, kam er in ihre Synagoge und siehe, ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand und sie fragten ihn und sagten, ob es erlaubt ist, an den Sabbaten genesen zu lassen, auf das sie ihn verklagten. Er aber sagte zu ihnen, welcher Mensch unter euch wird da sein, der ein Schaf haben wird und so dies in eine Grube fällt an den Sabbaten, wird er nicht es erfassen und emporheben? Wie viel vorzüglicher ist nun ein Mensch, denn ein Schaf, so dass es erlaubt ist, an den Sabbaten edel zu tun? So dann sagte er zu dem Menschen, strecke aus deine Hand! Und er streckte sie aus und sie ward wieder hergestellt, gesund wie die andere. Da sie aber herauskamen, hielten die Pharisäer eine Beratung wieder ihn, damit sie ihn umbrächten. Da aber Jesus es erfuhr, zog er sich von dort zurück und es folgten ihm viele und er ließ sie alle genesen. Und er verwarnte sie, auf das sie ihn nicht offenbar machten, auf das erfüllt werde, das geredet ist durch Jesaja, den Propheten, der da sagt, Siehe, mein Knecht, den ich mir vorziehe, mein Geliebter, an dem meine Seele ihre Lust hat, ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Nationen Gericht verkünden. Nicht wird er hadern, noch schreien, noch wird jemand hören, seine Stimme in den Plätzen. Zerstoßenes Rohr wird er nicht zerknicken und glimmenden Flachs dort wird er nicht löschen, bis dass er das Gericht hinaustreiben sollte zum Siege. Und auf seinen Namen werden sich die Nationen verlassen. Dann ward ein dämonisch Besessener zu ihm gebracht, blind und taubstumm, und er lässt ihn genesen, so dass der Taubstumme spricht und erblickt. Und es entsetzten sich alle, die scharen und sagten, Dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Da aber die Pharisäer es hörten, sagten sie, Dieser treibt die Dämonen nicht aus, als nur durch den Beelzebul, den obersten der Dämonen. Da er aber ihre Überlegungen wahrnahm, sagte er zu ihnen, Jedes Königreich, wieder sich selbst geteilt, wird veröden, und jede Stadt oder Haus, wieder sich selbst geteilt, wird nicht bestehen, und wenn der Satan den Satan austreibt, ist er gegen sich selbst geteilt. Wie wird nun sein Königreich bestehen? Und wenn ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Deshalb werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, kommt demnach auf euch ein Vorgeschmack des Königreichs Gottes. Oder wie kann jemand eindringen in das Haus des Starken und seine Geräte plündern, so er nicht zuerst sollte binden den Starken, und dann wird er sein Haus plündern? Der nicht mit mir ist, der ist wieder mich, und der nicht mit mir sammelt, der versprengt. Deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird erlassen werden den Menschen, des Geistes Lästerung aber wird nicht erlassen werden. Und wer da sollte ein Wort sagen wider den Sohn des Menschen, es wird ihm erlassen werden. Wer aber etwas sollte sagen wider den Geist, den Heiligen, ihm wird es nicht erlassen werden, weder in diesem Äion noch in dem zukünftigen. Entweder machet den Baum edel und seine Frucht edel, oder machet den Baum faul und seine Frucht faul. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Otternbrut, wie könnt ihr Gutes sprechen, da ihr böse seid? Denn aus der Überfülle des Herzens spricht der Mund. Der gute Mensch holt aus dem guten Schatze Gutes hervor und der böse Mensch holt aus dem bösen Schatze Böses hervor. Ich aber sage euch, jede müßige Rede, die die Menschen aussprechen werden, sie werden Rechenschaft in Betreff derselben erstatten am Tage des Gerichts. Denn aus deinen Worten wird man dich rechtfertigen und aus deinen Worten wird man dich schuldig sprechen. Dann antworteten ihm etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sagten, Lehrer, wir wollen von dir ein Zeichen gewahren. Als Antwort aber sagte er zu ihnen, Die Generation, die Böse und Ehebrecherin trachtet nach einem Zeichen und ein Zeichen wird man ihr nicht geben, außer dem Zeichen Jonas, des Propheten. Denn ebenso wie Jonas war, drei Tage und drei Nächte in des Seeungeheuers Leibe, also wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte sein in dem Herzen der Erde. Männer, Niniviter, werden auferstehen im Gericht mit dieser Generation und werden sie verurteilen, da sie umsinneten bei dem Heroldsruf des Jona und siehe, mehr als Jona ist hier. Die Königin des Südens wird erweckt werden im Gericht mit dieser Generation und wird sie verurteilen, denn sie kamen von den Enden in der Erde zu hören, die Weisheit Salomos. Und siehe, mehr als Salomo ist hier. Wenn aber der unreine Geist ausfährt aus dem Menschen, so durchzieht er wasserlose Orte, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann sagt er, In mein Haus werde ich umwenden, von wo ich ausfuhr. Und da er kommt, findet er es unbesetzt und gefegt und geputzt. Dann geht er hin und nimmt mit sich sieben anderweitige Geister, Ärger als er selber und hineinfahrend hausen sie da selbst. Und es wird das Letzte jenes Menschen Ärger als das Erste. Also wird es auch sein mit dieser Generation der Bösen. Da er noch sprach zu den Scharen, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und suchten mit ihm zu sprechen. Es sagte aber jemand von seinen Jüngern, Siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen. Sie suchen dich zu sprechen. Als Antwort aber sagte er zudem, der es ihm sagte, Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und seine Hand ausstreckend über seine Jünger sagte er, Siehe, meine Mutter und meine Brüder, denn wer da sollte tun den Willen meines Vaters in den Himmeln, er ist mein Bruder und meine Schwester und Mutter. An jenem Tage ging Jesus hinaus aus dem Hause und setzte sich an das Meer und es versammelten sich zu ihm viele Scharen, sodass er in ein Schiff stieg, zu sitzen und die gesamte Schar stand auf dem Strand. Und er sprach vieles zu ihnen in Gleichnissen und sagte, Siehe, es ging der Seemann aus, um zu sehen, und indem er sehte, fiel zwei etwas an den Weg und es kamen die Flügler und fraßen es. Anderes aber fiel auf das Felsige, wo es nicht viel Erde hatte und sofort schoss es auf, darum, dass es keine Tiefe der Erde hatte. Da aber die Sonne aufging, ward es versenkt und darum, dass es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel auf die Dornen und hoch kam die Dorn und erstickten es. Anderes aber fiel auf das Land, das ausgezeichnete und gab Frucht, welches zwar hundert, welches aber sechzig, welches aber dreißigfältig. Der Ohren hat zu hören, der höre. Und herzukommend sagten die Jünger zu ihm, Weshalb sprichst du in Gleichnissen zu ihnen? Als Antwort aber sagte er zu ihnen, Euch ist es gegeben, zu erkennen die Geheimnisse des Königreichs der Himmel. Jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird man geben, und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, auch was er hat, wird man von ihm nehmen. Deshalb spreche ich in Gleichnissen zu ihnen, auf das sie blickend nicht erblicken und hörend nicht hören, noch verstehen. Und erfüllt wird an ihnen das Prophetenwort des Jesaja, das da sagt, Mit dem Gehör werdet ihr hören und mögett nimmer verstehen, und blickend werdet ihr erblicken und mögett nimmer gewahren. Denn verdickt ist das Herz dieses Volkes, und mit ihren Ohren hören sie schwer, und ihre Augen schließen sie, damit sie nicht gewahreten mit den Augen. Und mit den Ohren höreten und mit dem Herzen verstünden und sich umwendeten, und ich sie heilen werde, glückselig aber eure Augen, da sie erblicken, und eure Ohren, da sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und gerechte Begehren zu gewahren, was ihr erblickt, und gewahren es nicht, und zu hören, was ihr hört, und hören es nicht. Ihr nun, höret das Gleichnis des Seemanns. Zu jedem, der das Wort des Königreichs hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt ihm das in sein Herz Gesäte. Dies ist, der an den Weg wird gesät. Der aber auf das Felsige gesät wird, dieser ist, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Aber er hat nicht Wurzel in sich selbst, sondern ist wetterwendisch. Da aber Drangsal wird oder Verfolgung um des Wortes willen, lässt er es sich sogleich zum Freistrick werden. Der aber in die Dornen gesät wird, dieser ist, der das Wort hört, und die Sorge dieses Äons und die Verführung des Reichtums ersticken das Wort und unfruchtbar wird es. Der aber auf das ausgezeichnete Land gesät wird, dieser ist, der das Wort hört und versteht, der auf jeden Fall Frucht bringt und trägt, welches zwar hundert, welches aber sechzig, welches aber dreißig fältig. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen dar und sagte, Verglichen war das Königreich der Himmel einem Menschen, der edlen Samen säte in sein Feld. Da aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Taumelleuch darüber, mitten unter das Getreide und ging davon. Als aber der Halm keimte und Frucht trug, dann erschien auch der Taumelleuch. Es kamen aber herzu die Sklaven des Hausherrn und sagten zu ihm, Herr, siehst du nicht edlen Samen in deinem Feld? Woher hattest nun Taumelleuch? Er aber entgegnete ihnen, ein Feind, ein Mensch tat dies. Die Sklaven aber sagten zu ihm, willst du nun, dass wir hingehen und es jäten? Er aber entgegnete, nein, damit ihr nicht, wenn ihr den Taumelleuch jätet, zugleich damit das Getreide entwurzelt. Lasset beides zusammen wachsen bis zur Ernte und zum Zeitpunkt der Ernte werde ich den Schnittern anbefehlen, jätet zuerst den Taumelleuch und bindet ihn in Bündel, um ihn zu verbrennen. Das Getreide aber sammelt in meine Scheune. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen dar und sagte, Gleich ist das Königreich der Himmel einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und säte in sein Feld, das zwar kleiner ist als alle die Samen, wenn es aber wächst, ist es größer als die Gemüse und wird ein Baum, so dass die Flügler des Himmels kommen und Unterschlupf finden in seinen Zweigen. Ein anderes Gleichnis sprach er zu ihnen und sagte, Gleich ist das Königreich der Himmel einem Sauerteig, den ein Weib nahm und verbarg in drei Metzen Mehl, bis das Ganze davon war durchsäuert. Dies alles sprach Jesus in Gleichnissen zu den Scharen und ohne Gleichnis sprach er nicht zu ihnen, damit erfüllt werde, dass geredet ist durch den Propheten, der da sagt auftun werde ich meinen Mund in Gleichnissen ausstoßen werde ich was verborgen war von dem Niederwurf an dann als er die Scharen verlassen kam er hinein in das Haus und es kamen zu ihm seine Jünger und sagten kläre uns auf das Gleichnis vom Taumelleuch des Feldes er aber sagte als Antwort der da sät den edlen Samen das ist der Sohn des Menschen aber das Feld ist die Welt der edle Samen aber diese sind die Söhne des Königreis der Taumelleuch aber sind die Söhne des Bösen der Feind aber der sie sät ist der Widerwürker die Ernte aber ist der Abschluss des Äons Die Schnitter aber sind die Boten ebenso wie man nun den Taumelleuch jätet und mit Feuer verbrennt also wird es sein beim Abschluss des Äons Es wird der Sohn des Menschen ausschicken seine Boten und sie werden jäten aus seinem Königreich all die Fallstricke und die Datun die Gesetzlosigkeit und werden sie werfen in den Hochofen des Feuers Dort wird sein das Jammern und Knirschen der Zähne Dann werden die Gerechten hervorglänzen wie die Sonne im Königreich ihres Vaters Der Ohren hat zu hören der Höre Gleich ist das Königreich der Himmel einem Schatze verborgen im Felde den ein Mensch findet und verbirgt und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles so viel als er hat und kauft dasselbige Feld Wiederum ist gleich das Königreich der Himmel einem Menschen einem Händler der der suchet edle Perlen Als er aber eine wertvolle Perle findet geht er hin veräußert alles so viel als er hatte und kauft sie Wiederum ist gleich das Königreich der Himmel einem Schleppnetz geworfen ins Meer und aus jeder Art sammelnd welches sie als es voll geworden hinaufziehen auf den Strand und sitzen und die edlen auslesen in Behälter die faulen aber werfen sie hinaus also wird es sein beim Abschluss des Äons ausgehen werden die Boten und sondern die Bösen aus der Mitte der Gerichten und werden sie werfen in den Hochofen des Feuers dort wird sein das Jammern und Knirschen der Zähne versteht ihr dies alles sie sagen zu ihm ja er aber sagte zu ihnen deshalb ist jeder Schriftgelehrte zum Jünger für das Königreich der Himmel gemacht gleich einem Menschen einem Hausherrn der aus seinem Schatz Neues und Altes hervor holt und es geschah als Jesus diese Gleichnisse vollendet dass er aufbrach von dort und in seine Vaterstadt kommend lehrte er sie in ihrer Synagoge sodass sie sich verwunderten und sagten woher wird diesem diese Weisheit und die Kräfte ist dieser nicht des Handwerkers Sohn wird nicht seine Mutter Myriam benannt und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas und seine Schwestern sind sie nicht alle bei uns woher nun wird diesem dies alles und sie ließen ihn sich zum Fallstrick werden Jesus aber sagte zu ihnen nicht ist ein Prophet ungeehrt außer in seiner eigenen Vaterstadt und in seinem Hause und er tat nicht viele Machttaten dort um ihres Unglaubens willen zu jener Frist hörte Herodes der Vierfürst die Kunde von Jesus und sagte zu seinen Knechten dieser ist Johannes der Täufer er ward auferweckt von den Toten und deshalb wirken die Kräfte in ihm denn als Herodes dann den Johannes fasste band er ihn und tat ihn auch beiseite in den Kerker um der Herodier willen des Weibes seines Bruders Philippus denn Johannes sagte zu ihm nicht ist es dir erlaubt sie zu haben und als er ihn wollte töten fürchtete er die Schar da sie ihn hatten wie einen Propheten als aber die Geburtstagsfeiern des Herodes wurden tanzte die Tochter der Herodias in der Mitte und gefiel dem Herodes weswegen er unter Eid bekannte ihr geben zu wollen was sie auch sollte bitten sie aber vorgeschoben von ihrer Mutter entgegnet gib mir hier auf einer Platte das Haupt Johannes des Täufers und es betrübte sich der König aber um der Eid willen und derer die mit zu Tische lagen befahl er es zu geben und hinsendend enthauptete er den Johannes im Kerker und sein Haupt ward auf einer Platte gebracht und dem Dürnlein gegeben und sie brachte es ihrer Mutter und seine Jünger herzukommend nahm seinen Leichnam und begruben ihn und sie kamen und verkündeten es Jesu da aber Jesus es hörte zog er sich zurück von dort in einem Schiff an einen öden Ort und es jammerten ihn ihrer und er ließ ihre siechen genesen da es aber Abend ward kamen die Jünger zu ihm und sagten öde ist der Ort und die Stunde schon vergangen entlasse nun die Scharen auf dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speisen kaufen Jesus aber sagte zu ihnen sie brauchen nicht hinzugehen gebt ihr ihnen zu essen sie aber sagen zu ihm nichts haben wir hier als nur fünf Brote und zwei Fische er aber sagte bringet sie her zu mir und er befahl den Scharen sich auf dem Grase zu lagern nahm die fünf Brote und die zwei Fische blickte auf in den Himmel segnete und brach sie und gab den Jüngern die Brote die Jünger aber den Scharen und sie aßen alle und wurden satt und sie hoben die überflüssigen der Brocken auf zwölf Tragekörbe voll die aber aßen waren etwa fünftausend Männer ohne die Frauen und Kindlein und gerade wegs nötigte er seine Jünger einzusteigen in das Schiff und ihm vorauszufahren an das jenseitige Ufer bis dass er entlasse die Scharen und als er die Scharen entlassen stieg er hinauf auf den Berg für sich um zu beten als es aber Abend ward war er da selbst allein das Schiff aber war schon viele Stadien weit vom Lande entfernt und war in der Mitte des Meeres gequält von den Wogen denn der Wind war ihnen entgegen in der vierten Wache der Nacht aber kam er zu ihnen wandelnd auf dem Meere die Jünger aber da sie ihn gewahrten auf dem Meere wandelnd erregten sich und sagten ein Gespenst ist es und sie schrien vor Furcht sogleich aber sprach Jesus zu ihnen und sagte ich bin es fürchtet euch nicht als Antwort aber sagte Petrus zu ihm her wenn du es bist befiehl mir zu dir zu kommen auf den Wassern er aber sagte komm und von dem Schiffe herabsteigend wandelte Petrus auf den Wassern auf das er komme zu Jesu aber auf den starken Wind blickend fürchtete er sich und da er begann zu versinken schrie er und sagte her rette mich geradewegs aber streckte Jesus die Hand aus ergriff ihn und sagte zu ihm kleingläubiger zu was zauderst du und da sie hinaufsteigen in das Schiff flaut der Wind ab die in dem Schiff aber beten ihn an und sagen wahrhaftig Gottes Sohn bist du und da sie hinüber fuhren kamen sie auf das Land nach Genezareth und als die Männer jenes Ortes ihn erkannten schickten sie in jene ganze Umgegend und sie brachten zu ihm alle die übel dran sind mit Krankheit und und sprachen ihm zu und Quaste seines Kleides anrühren möchten und so viele wie ihn anrührten wurden durch und durch gerettet dann kommen zu Jesu von Jerusalem Pharisäer und Schriftgelehrte und sagen Weshalb übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten denn sie waschen die Hände nicht wenn sie Brot essen Als Antwort aber sagte er ihnen Weshalb auch übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen denn Gott sagte Ehre den Vater und die Mutter und der gegen Vater oder Mutter übel redet im Tode verscheide er ihr aber sagt Wer der sollte sagen zum Vater oder der Mutter eine Nahgabe ist was dir von mir sollte zunutze werden der soll seinen Vater überhaupt nicht ehren und ungültig macht ihr Gottes Wort um eurer Überlieferung willen Heuchler trefflich prophezeit Jesaja von euch da er sagt dies Volk mit den Lippen ehrt es mich ihr Herz aber hat völlig genug weit weg von mir eitlerweise aber verehren sie mich lehrend als lehren die Vorschriften der Menschen und die Scharen herzurufend sagte er zu ihnen hört und versteht nicht dass da eingeht in den Mund macht gemein den Menschen sondern dass aus dem Mund heraus geht dies macht gemein den Menschen dann kamen die Jünger herzu und sagten zu ihm weißt du dass die Pharisäer da sie das Wort hörten es sich zum Fallstrick werden ließen als Antwort aber sagte er jede Pflanze die mein Vater der himmlische nicht pflanzt wird entwurzelt werden lasst sie blinde leitet werden beide in die Grube fallen als Antwort aber sagte Petrus zu ihm erkläre uns das Gleichnis er aber sagte seid auch ihr unverständig auf diesem Punkt begreifet ihr noch nicht dass alles das da geht hinein in den Mund sich im Leibe Raum macht und in den Abort wird ausgeworfen das aber heraus geht aus dem Munde aus dem Herzen kommt es heraus und dasselbige macht gemein den Menschen denn aus dem Herzen kommen heraus böse Folgerungen Mord Ehebruch Hurerei Diebstahl falsches Zeugnis Lästerung diese sind es die da gemein machen den Menschen aber mit ungewaschenen Händen zu essen macht nicht gemein den Menschen und von dort ausgehend zog Jesus sich zurück in die Gebiete von Tyrus und Südern und siehe ein kananäisches Weib kam heraus von jenen Grenzen schrie und sagte erbarme dich meiner Herr du Sohn Davids meine Tochter ist übel dämonisch besessen Er Er aber antwortete ihr kein Wort Und seine Jünger kamen zu ihm ersuchten ihn und sagten Entlasse sie da sie hinter uns her schreit Als Antwort aber sagte er Nicht ward ich geschickt als nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel Sie aber kam betete an vor ihm und sagte Herr hilf mir Als Antwort aber sagte er Nicht schön ist es das Brot der Kinder zu nehmen und hinzuwerfen den Hündlein Sie aber sagte Ja Herr denn auch die Hündlein essen von dem Abfall der da fällt von dem Tisch ihrer Herren Dann sagte Jesus als Antwort zu ihr O Weib groß ist dein Glaube es geschehe dir wie du willst und geheilt war ihre Tochter von jener Stunde an und da er von dort weiter ging kam Jesus an das Meer Galileas und da er hinauf stieg auf den Berg setzte er sich dort und es kam zu ihm viele Scharen die hatten bei sich Lahme Blinde Taubstumme Verstümmelte und viele Andersartige und sie warfen sie ab neben seinen Füßen und er ließ sie genesen so dass die Schar staunte da sie erblickten dass Taubstumme sprechen Verstümmelte gesund sind und Lahme wandeln und Blinde erblicken und sie verherrlichten den Gott Israels Jesus aber seine Jünger herbeizurufend sagte mich jammert der Schar da sie schon drei Tage bei mir verharren und nichts haben das sie essen und ich will sie nicht fastend entlassen damit sie nicht auf dem Wege ermatten und die Jünger sagen sie und gab den Jüngern die Jünger aber den Scharen und sie aßen alle und wurden satt und sie hoben das überflüssige der Brocken auf sieben Körbe voll die aber aßen waren etwa viertausend Männer ohne die Frauen und Kindlein und als er die Scharen entlassen stieg er ein in das Schiff und kam in die Grenzen von Magadan und die Pharisäer und die Sadduzeer kommen herzu versuchen ihn und fordern ihn auf ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zu zeigen als Antwort aber sagte er zu ihnen die Generation die böse und Ehebrecherin trachtet nach einem Zeichen und ein Zeichen wird man ihr nicht geben wenn nicht das Zeichen des Jona und er ließ sie und ging davon und da die Jünger an das jenseitige Ufer kamen vergaßen sie Brote mitzunehmen Jesus aber sagte zu ihnen seht zu und nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzeer sie aber folgerten unter sich und sagten Brote nahmen wir nicht mit da aber Jesus es erkannte sagte er was folgert ihr unter euch Kleingläubige ihr da ihr nicht Brote habt noch noch nicht begreift ihr noch gedenkt ihr der fünf Brote der 5000 und wie viele Tragekörbe ihr bekamt noch der sieben Brote der 4000 und wie viele Körbe ihr bekamt wie begreift ihr nicht dass ich nicht von Broten zu euch sage nehmt euch aber in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzeer dann verstehen sie dass er nicht sagte sie sollten sich in Acht nehmen vor dem Sauerteig der Brote sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzeer da aber Jesus in die Gebiete von Caesarea Philippi kam fragte er seine Jünger und sagte wer sagen die Menschen dass der Sohn des Menschen sei sie aber sagen die einen zwar sagen Johannes der Täufer andere aber Elias anderweitiger aber Jeremia oder einer der Propheten er sagt zu ihnen ihr aber wer sagt ihr dass ich sei als Antwort aber sagte Simon Petrus du bist der Christus der Sohn des lebendigen Gottes als Antwort aber sagte Jesus zu ihm glückselig bist du Simon Bayona da Fleisch und Blut ist dir nicht enthüllt sondern mein Vater in den Himmeln aber auch ich sage dir du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich bauen meine herausgerufene Gemeinde und die Pforten des Ungewahrten werden nicht die Oberhand über sie behalten und geben werde ich dir die Schlüssel des Königreiches der Himmel und was du auch binden solltest auf Erden wird gebunden sein in den Himmeln und was du auch lösen solltest auf Erden wird gelöset sein in den Himmeln Dann verwarnt er die Jünger dass sie niemanden sagten er sei der Christus Von dann an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen dass er hingehen müsse nach Jerusalem und viel Leiden von den Ältesten und Priester Fürsten und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferweckt werden Und Petrus nahm ihn zu sich und begann ihn zu verwarnen und sagte versühnt sei er dir her keines falls wird dies für dich sein Da er sich aber wandte sagte er zu Petrus geh hinter mich Satan ein Fallstrick bist du mir da du nicht sinnest auf das das Gottes sondern auf das das der Menschen ist Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern Wenn jemand mir nachkommen will der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir denn wer auch wollte seine Seele retten umbringen wird er sie wer aber sollte seine Seele umbringen meinetwegen finden wird er sie denn was wird es nützen dem Menschen so er die ganze die ganze Welt gewinnt aber seine Seele verwirkt oder was wird der Mensch geben als Eintausch für seine Seele denn der Sohn des Menschen schickt sich an zu kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Boten und dann wird er einem jeglichen vergelten nach seinem Handeln wahrlich ich sage euch es sind einige von denen die hier stehen die keinesfalls sollten vom Tode schmecken bis sie den Sohn des Menschen sollten gewahren kommend in seinem Königreich und nach sechs Tagen nimmt Jesus dem Petrus und Jakobus und Johannes seinen Bruder beiseite und bringt sie hinauf auf einen hohen Berg für sich und er umgestaltet vor ihnen und sein Angesicht glänzte wie die Sonne seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht und siehe Moses und Elias erschienen ihnen und besprachen sich mit ihm als Antwort aber sagte Petrus zu Jesus Herr schön ist es für uns hier zu sein wenn du willst werde ich hier drei Zelte machen dir eins und Moses eins und Elias eins während er noch spricht siehe da beschattet sie eine lichte Wolke und siehe eine Stimme aus der Wolke sagt dies ist mein Sohn der Geliebte an dem habe ich meine Lust höret ihn und da die Jünger es hörten fielen sie auf ihre Angesichter und fürchteten sich gar sehr und Jesus kam herzu rührte sie an und sagte erhebet euch und fürchtet euch nicht da sie aber ihre Augen aufhoben gewahrten sie niemanden außer Jesum selbst allein und da sie herabsteigen vom Berge gebietet ihnen Jesus und sagt niemandem sollte das Gesicht sagen bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferweckt werde und seine Jünger fragen ihn und sagen was sagen nun die Schriftgelehrten dass Elias zuerst müsse kommen als Antwort aber sagte er zu ihnen Elias zwar kommt und wird alles wieder herstellen ich aber sage euch dass Elias schon kam und sie erkannten ihn nicht sondern sie taten an ihm so viel als sie wollten also wird auch der Sohn des Menschen demnächst leiden von ihnen dann verstehen die Jünger dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen sagte und da sie kamen zu der Schar kam ein Mensch zu ihm fiel auf die Knie vor ihm und sagte her erbarme dich meines Sohnes da er feilsüchtig ist und übel dran denn oftmals fällt er ins Feuer und oftmals ins Wasser und ich hab ihn zu deinen Jüngern gebracht und sie konnten nicht machen dass er genese dann aber sagte Jesus als Antwort zu ihnen o Ungläubige und verdrehte Generation bis wann soll ich bei euch sein bis wann soll ich euch ertragen bringet ihn zu mir hierher und Jesus schallt ihn und der Dämon fuhr heraus aus ihm und der Knabe genas von jener Stunde an dann kam die Jünger zu Jesu für sich und sagten weshalb konnten nicht wir ihn austreiben er sagt aber zu ihnen um eures Kleinglaubens willen denn wahrlich ich sage euch so ihr glauben habt wie ein Senfkorn werdet ihr diesen Berge anbefehlen gehe weiter von dannen dorthin und er wird weiter gehen und nichts wird euch unmöglich sein da sie aber sich zusammen rotteten in Galiläa sagte Jesus zu ihnen demnächst wird der Sohn des Menschen überliefert werden in die Hände der Menschen und sie werden ihn töten und am dritten tage wird er auferweckt werden und sie wurden überaus betrübt sie kamen aber nach Kapernaum und es kam herzu die die Doppeldrachme nehmen zu Petrus und sagten entrichtet euer Lehrer nicht die Doppeldrachme er sagt ja und da er in das Haus kam kommt ihm Jesus zuvor und sagt was dünkt dich Simon von wem nehmen die Könige der Erde Zölle oder Kopfsteuer von ihren Söhnen oder von den Fremden er aber entgegnete von den Fremden da er aber sagt von den Fremden entgegnete ihm Jesus freie sind doch demnach die Söhne auf das wir ihnen aber nicht einen Fallstrick legen wirf wenn du ans Meer gegangen die Angel aus und den Fisch der zuerst hoch kommt hebe auf und öffne sein Maul und du wirst einen Starter finden denselbigen nimm und gib ihnen an meiner und deiner Stadt in jener Stunde aber kamen die Jünger zu Jesu und sagten wer ist wohl größer im Königreich der Himmel und ein kleines Kind herzurufend stellte er es in ihre Mitte und sagte wahrlich ich sage euch so ihr euch nicht umwendet und werdet wie kleine Kinder werdet ihr keines feils eingehen in das Königreich der Himmel wer nun sich selbst wird erniedrigen wie dies kleine Kind dieser ist der größere im Königreich der Himmel und wer auch sollte solch kleines Kind annehmen in meinem Namen der nimmt mich an wer aber sollte einem dieser kleinen die an mich glauben zum Fallstrick werden dem frommt es dass ein Mühlstein den ein Esel drehen muss um seinen Hals gehängt und er versenkt würde im offenen Meer wehe der Welt der Fallstricke wegen denn es ist notwendig dass die Fallstricke kommen indes wehe jenen Menschen durch den der Fallstrick kommt wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir zum Fallstrick wird hau sie ab und wirf sie von dir ist es trefflich für dich verstümmelt oder lahm einzugehen in das Leben oder zwei Hände oder zwei Füße zu haben geworfen zu werden ins äonische Feuer und wenn dein Auge dir zum Fallstrick wird reiß es heraus und wirf es von dir ist es trefflich für dich einäugig einzugehen in das Leben oder zwei Augen zu haben und geworfen zu werden in die Gehenna des Feuers sehe zu dass ihr nicht einen dieser kleinen verachtet denn ich ihre Boten in den Himmeln erblicken fortwährend das Angesicht meines Vaters in den Himmeln Was dünkt euch so einem Menschen hundert Schafe werden und es verirrt sich eines von ihnen wird er nicht die 99 Schafe lassen auf den Bergen und hingehen zu suchen das Verirrte und so es geschieht dass er es findet wahrlich ich sage euch er freut sich mehr über dasselbe als über die 99 die nicht verirrt sind also ist es nicht der Wille vor eurem Vater in den Himmeln dass da umkomme eines dieser kleinen so aber dein Bruder sündigt gehe hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein so er dich hört gewinnst du deinen Bruder so er dich aber nicht hört nimm noch mit dir ein oder zwei auf das jeder Fall auf dem Munde zweier oder dreier Zeugen bestehe so er aber ihnen nicht gehorcht sage es der herausgerufenen Gemeinde so er aber auch der herausgerufenen Gemeinde nicht gehorcht sei er dir ebenso wie der von den Nationen und der Zöllner wahrlich ich sage euch so viel als ihr auch binden solltet auf Erden wird gebunden sein in dem Himmel und so viel als ihr auch lösen solltet auf Erden wird gelöset sein in dem Himmel wiederum wahrlich sag ich euch so zwei aus euch übereinstimmen auf Erden in Betreff jeder Sache um die sie sollten bitten sie wird ihnen werden von meinem Vater in den Himmeln denn wo zwei oder drei sind versammelt in meinem Namen dort bin ich in ihrer Mitte dann kam Petrus herzu und sagte zu ihm her wie oft soll mein Bruder an mir sündigen und ich es ihm erlassen bis sieben mal sagt Jesus zu ihm nicht so sage ich dir bis sieben mal sondern bis siebzig mal sieben mal deshalb war das Königreich der Himmel verglichen einem Menschen einem Könige der da abrechnen will mit seinen Sklaven da er aber anfing abzurechnen war einer zu ihm gebracht ein Schuldner von zehntausend Talenten da er aber nicht hatte zu bezahlen befahl der Herr ihn zu verhandeln und das Weib und die Kinder und alles so viel als er hat und zu bezahlen jener Sklave nun fiel nieder betete an vor ihm und sagte Herr habe Geduld mit mir und alles werde ich dir bezahlen es jammerte aber den Herrn des selbigen Sklaven und er ließ ihn los und erließ ihm das Darlehen da aber der selbige Sklave heraus kam fand er einen seiner Mitsklaven der schuldete ihm hundert Denare und er faßte ihn wirkte ihn und sagte bezahle wenn du etwas schuldest sein Mitsklave nun fiel nieder sprach ihm zu und sagte habe Geduld mit mir und alles werde ich dir bezahlen er aber wollte nicht sondern ging hin und warf ihn in den Kerker bis er die Schuld bezahle seine Mitsklaven nun das Geschehene gewahrend wurden überaus betrübt und kamen und klärten ihren Herrn all das Geschehene auf dann ihn herzurufend sagte da sein Herr zu ihm böser Sklave jene gesamte Schuld erlasse ich dir weil du mir zusprichst musstest nicht auch du dich deines Mitsklaven erbarmen wie auch ich mich deiner erbarmte und sein Herr da er zürnt überliefert ihn den Folterknechten bis dass er die gesamte Schuld ihm bezahle also wird auch mein himmlischer Vater euch tun so ihr nicht erlasset in jeglicher seinem Bruder von euren Herzen und und geschah als Jesus diese Worte vollendet dass er aufbrach von Galiläa und kam in die Grenzen Judäas jenseits des Jordans und es folgten ihm viele Scharen und da selbst ließ er sie genesen und es kam zu ihm die Pharisäer versuchten ihn und sagten ob es erlaubt ist sein Weib zu entlassen um jeder Ursache Willen als Antwort aber sagte er laset ihr nicht dass der sie macht von Anfang sie männlich und weiblich macht und sagte diesetwegen wird der Mensch verlassen den Vater und die Mutter und haften an seinem Weibe und es werden sein die zwei ein Fleisch so dass sie nicht mehr zwei sind sondern ein Fleisch was nun Gott zusammenjocht das soll der Mensch nicht scheiden sie sagen zu ihm warum nun gebietet Moses eine Scheidungsurkunde zu geben und sie zu entlassen sagt Jesus zu ihnen Moses gestattet euch eurer Hartherzigkeit wegen eure Weiber zu entlassen von Anfang aber ist es nicht also geschehen ich ich aber sage euch wer der sollte sein Weib entlassen nicht für Hurerei und eine andere heiraten der bricht die Ehe und der die entlassene heiratet der bricht die Ehe Es sagen die Jünger zu ihm wenn also die Sache des Menschen ist mit dem Weibe fromt es nicht zu heiraten er aber sagt zu ihnen nicht alle machen diesem Worte Raum sondern die denen es ist gegeben denn es sind Verschnittene die wurden vom Leibe der Mutter also geboren und es sind Verschnittene die verschnitten sind von den Menschen und es sind Verschnittene die sich selbst verschneiden um des Königreichs willen der Himmel Wer da kann dem Raum machen der mache ihm Raum Dann brachte man kleine Kinder zu ihm auf dass er die Hände auf sie lege und bete die Jünger aber schalten sie Jesus aber sagte zu ihnen lasst die kleinen Kinder und verwehrt ihnen nicht zu mir zu kommen denn solcher ist das Königreich der Himmel und er legte die Hände auf sie und ging weg von dort und siehe einer der zu ihm kommt sagt Lehrer was soll ich Gutes tun auf das ich äonisches Leben habe er aber sagte zu ihm was fragst du mich um das Gute einer ist der Gute wenn du aber willst in das Leben eingehen so haltet die Gebote er sagte zu ihm welche Jesus aber sagte diese nicht morden sollst du nicht ehebrechen sollst du nicht stehlen sollst du nicht falsch zeugen sollst du ehre den Vater und die Mutter und lieben sollst du deinen Nächsten wie dich selbst sagt der Jüngling zu ihm diese alle bewahre ich was mangelt mir noch es entgegnete ihm Jesus wenn du willst vollkommen sein so gehe hin verkaufe deinen Besitz und gib den Armen und du wirst ein Schatz in den Himmeln haben und komm herzu und folge mir da aber der Jüngling dieses Wort hörte ging er betrübt davon denn er hatte erworbener Güter viele Jesus aber sagte zu seinen Jüngern wahrlich ich sage euch ein reicher wird angewidert eingehen in das Königreich der Himmel wiederum aber sage ich euch leichter ist es für ein Kamel durch das Öhr einer Nadel einzugehen als für einen Reichen einzugehen in das Königreich Gottes die Jesus Jesus aber sagte zu ihnen wahrlich ich sage euch ihr die ihr mir folgt in der Wiederwerdung wenn der Sohn des Menschen sitzt auf dem Throne seiner Herrlichkeit werdet auch ihr sitzen auf zwölf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels Und jeder der da verlässt Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Weib oder Kinder oder Felder meines Namens wegen hundertfältig wird er es erhalten und äonisches Leben wird ihm zugelost werden viele erste aber werden letzte sein und letzte die ersten Denn gleich ist das Königreich der Himmel einem Menschen einem Hausherrn der ausging zugleich mit dem Morgen Werker zu mieten in seinen Weinberg aber mit den Werkern vereinbarend einen Denar den Tag schickte er sie in seinen Weinberg Und da er ausging um die dritte Stunde gewahrte er andere müßig am Markt stehen und zu denselbigen sagte er Geht auch ihr hin in meinen Weinberg und was gerecht ist werde ich euch geben Sie aber gingen hin wiederum aber da er ausging um die sechste und neunte Stunde tat er in derselbigen Weise Um die elfte Stunde aber da er ausging fand er andere stehen und sagte zu ihnen Was stehet ihr hier den ganzen Tag müßig Sie sagen zu ihm Niemand mietet uns er sagt zu ihnen Geht auch ihr hin in den Weinberg Da es aber Abend wird sagt der Herr des Weinbergs zu seinen Beamten Rufe die Werker und bezahle ihnen den Lohn beginnend beginnend den letzten bis zu den ersten und da die um die elfte Stunde gemieteten kam erhielten sie je einen den und da die ersten kam meinten sie sie würden mehr erhalten und auch sie erhielten je einen den den da sie ihn aber erhielten murrten sie gegen den Hausherrn und sagten diese die letzten machen eine Stunde und du machst sie ebenso wie wir sind die wir die bürde des tages und den glutwind getragen als antwort aber sagte er zu einem von ihnen kamerad dir tu ich nicht unrecht vereinbarst du nicht mit mir einen den den nimm das deine und geh hin wenn ich aber diesem letzten geben wollte wie auch dir ist es mir nicht erlaubt zu tun was ich will mit dem meinen oder ist dein Auge böse da ich gut bin also werden sein die letzten die ersten und die ersten die letzten da aber jesus sich anschickte hinauf zu ziehen nach jerusalem nahm er die zwölf jünger beiseite für sich und auf dem wege sagte er zu ihnen siehe wir ziehen hinauf nach jerusalem und der sohn des menschen wird überliefert werden den priester fürsten und schrift gelehrten und sie werden ihn verurteilen zum tode und werden ihn überliefern den nationen zum verhöhnen und geißeln und kreuzigen und am dritten tage wird er auferweckt werden dann kam zu ihm die mutter der söhne des sepidois mit ihren söhnen betete an und bat etwas von ihm er aber sagte zu ihr was willst du sie sagt zu ihm sage dass diese meine zwei söhne sitzen mögen einer zu deiner rechten und einer zu deiner linken in deinem königreich als antwort aber sagte jesus nicht wisset ihr was ihr bittet könnt ihr den becher trinken den ich mich anschicke zu trinken sie sagen zu ihm wir können er sagt zu ihnen meinen becher zwar werdet ihr trinken aber zu sitzen zu meiner rechten und linken ist nicht mein recht zu geben sondern ist für die den es bereitet ist von meinem vater und da die zehn es hören sind sie entrüstet über die zwei brüder jesus aber sie herzurufend sagte ihr wisset dass die fürsten der nation sie beherrschen und die großen vergewaltigen sie nicht also ist es unter euch sondern wer der sollte unter euch groß werden wollen der sei euer diener und wer der sollte unter euch wollen der erste sein der sei euer Sklave ebenso wie der Sohn des Menschen nicht kam um bedient zu werden sondern um zu dienen und zu geben seine Seele und da sie hinaus gehen aus Jericho folgt ihm eine zahlreiche Schar und siehe zwei blinde sitzend am Wege und hörend dass Jesus vorüber geht schreien und sagen her erbarme dich unser Sohn Davids die Schar aber schild sie auf dass sie stille schwiegen um so lauter aber schrien sie und sagen her erbarme dich unser Sohn Davids und Jesus bleibt stehen ruft sie und sagte was wollt ihr dass ich euch tue sie sagen zu ihm her dass unsere Augen aufgetan werden da es aber Jesus jammert rührt er ihre Augen an und sofort erblicken sie und folgen ihm und als sie sich Jerusalem nahten und nach Bethphage kamen an den Ölberg dann schickte Jesus zwei Jünger aus und sagte zu ihnen gehet hin in das Dorf euch gegenüber und geradewegs werdet ihr finden eine Eselin angebunden und einfühlen bei ihr löset sie und führet sie zu mir und so jemand etwas zu euch sagt sollt ihr ihm erwidern der Herr bedarf ihrer so gleich aber wird er sie schicken dieses Ganze aber ist geschehen auf das erfüllt werde das geredet ist durch den Propheten der da sagt sage der Tochter Zion siehe dein König kommt zu dir sanftmütig und reitend auf einer Eselin und auf einem fühlen dem Sohne des Jochtiers Als aber die Jünger gegangen waren und taten so wie Jesus mit ihnen abgemacht führten sie die Eselin und das fühlen und legten die Kleider auf sie und er setzte sich auf sie obendrauf die meisten aber der Schar breiteten ihre Kleider auf den Weg andere aber hieben Zweige von den Bäumen und breiteten sie auf den Weg die Scharen aber die ihm voran gingen die da folgten schrien und sagten Hosianna dem Sohne Davids gesegnet ist der da kommt in dem Namen des Herrn Hosianna inmitten der Höchsten und da er hineinkam nach Jerusalem geriet die gesamte Stadt in Aufregung und sagte wer ist dieser die Scharen aber sagten dies ist der Prophet Jesus der von Nazareth von Galiläa und Jesus ging ein in die Weihestätte und trieb hinaus alle die da verkauften und kauften in der Weihestätte und die Tische der Makler stürzte er um und die Stühle derer die Tauben verkaufen und er sagt zu ihnen es ist geschrieben mein Haus wird ein Haus des Gebets heißen ihr aber macht es zu einer Höhle der Wegelagerer und es Ja laset ihr noch nie aus dem Munde von Unmündigen und Säuglingen zubereitest du Lob und er ließ sie und ging hinaus aus der Stadt nach Bethanien und nächtigte dort des Morgens aber da er sie zurückführte nach der Stadt hungerte ihn und da er einen Feigenbaum auf dem Wege gewahrte kam er auf ihn zu und fand nichts an ihm außer Blättern allein und er sagt zu ihm nicht werde mehr Frucht von dir für den Äon und verdorrt ist auf der Stelle der Feigenbaum und da ist die Jünger gewahrten staunten sie und sagten wie ist auf der Stelle verdorrt der Feigenbaum als Antwort aber sagte Jesus zu ihnen wahrlich ich sage euch so ihr glauben habt und nicht zweifelt werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum tun sondern auch wenn ihr zu diesem Berge sagt werde aufgehoben und geworfen ins Meer so wird es geschehen und alles so viel ihr auch bittet im Gebet so ihr glaubt werdet ihr es erhalten und da er kam in die weihestätte kamen zu ihm die priester fürsten und die ältesten des volks da er lehrte und sagten durch welche vollmacht tust du dieses und wer gibt dir diese vollmacht als Antwort aber sagte Jesus zu ihnen auch ich werde euch ein wort fragen so ihr mir das saget werde auch ich euch anfangen aus welcher vollmacht ich dies tue die taufe die des johannes woher war sie vom himmel oder von den menschen sie aber folgerten bei sich selber und sagten so wir sagen vom himmel wird er uns erwidern weshalb nun glaubt ihr ihm nicht so wir aber sagen von den menschen so fürchten wir die schar denn alle haben den johannes als einen propheten und als Antwort sagten sie zu jesus wir wissen es nicht und er entgegnete ihnen weder sage ich euch durch welche vollmacht ich dies tue was aber dünkt euch ein mensch hatte zwei kinder und kam zu dem ersten und sagte kind gehe heute hin und arbeite in meinem Weinberge er aber sagte als antwort ich will nicht hernach aber bereute er und ging hin da er aber zu dem zweiten kam redete er in derselben weise er aber sagte als antwort ich gehe her und ging nicht hin wer von den Zweien tut den Willen des Vaters sie sagen der Erste sagt Jesus zu ihnen wahrlich ich sage euch die Zöllner und die Huren gehen euch voran in das Königreich Gottes denn Johannes kam zu euch auf dem Wege der Gerechtigkeit und ihr glaubt ihm nicht die Zöllner aber und die Huren glauben ihm ihr aber es gewahrend bereutet es nicht einmal nach um ihm zu glauben ein anderes Gleichnis höret es war ein Mensch ein Hausherr der pflanzte einen Weinberg und führte einen Steinwall auf umher und grub eine Kälte in ihm und baute einen Turm und verpachtete ihn an Winzer und verreiste als sich aber nahte die rechte Zeit der Früchte schickte er seine Sklaven zu den Winzern zu erhalten seine Früchte und es nahmen die Winzer seine Sklaven den ersten zwar verprügelten sie den anderen aber töteten sie den anderen aber steinigten sie wiederum schickte er andere Sklaven mehr als die ersten und sie taten ihn in derselben Weise zun Zuletzt aber schickte er zu ihnen seinen Sohn und sagte sie werden meinen Sohn scheuen da aber die Winzer den Sohn gewahrten sagten sie unter sich selber dieser ist der Los Nieser herzu töten sollten wir ihn und sollten dann sein Losland haben Und sie nahmen ihn und warfen ihn hinaus aus dem Weinberg und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er jenen Winzern tun? Sie sagen zu ihm, die Üblen, übel wird er sie umbringen und den Weinberg verpachten anderen Winzern, die ihm die Früchte hergeben werden, zu ihrer rechten Zeit. Sagt Jesus zu ihnen, Laset ihr noch nie in den Schriften? Der Stein, den die Bauleute verwerfen, dieser war zum Haupt der Ecke. Von dem her geschah dies und ist erstaunlich in unseren Augen. Deshalb sage ich euch, genommen wird von euch werden das Königreich Gottes und einer Nation gegeben, die seine Früchte trägt. Und der, der fällt auf diesen Stein, der wird zerschellen, Auf wen er aber sollte fallen, den wird er zerstäuben wie Spreu. Und da die Priesterfürsten und die Pharisäer seine Gleichnisse hören, erkennen sie, dass er es von ihnen sagt. Und als sie suchten, ihn zu fassen, fürchteten sie die Scharen, weil sie ihn als Propheten hatten. Und als Antwort redete Jesus wiederum in Gleichnissen zu ihnen und sagte, Verglichen war das Königreich der Himmel einem Menschen, einem Könige, der seinem Sohne Hochzeitsfeiern machte. Und er schickte seine Sklaven aus, zu rufen, die zu den Hochzeitsfeiern geladenen, und sie wollten nicht kommen. Wiederum schickte er andere Sklaven aus und sagte, Sage den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Stiere und das Mastvieh sind geschächtet, und alles ist bereit. Herzu zu den Hochzeitsfeiern! Sie aber vernachlässigten es und gingen hin, der eine zwar in sein eigenes Feld, der andere aber zu seiner Handelsware. Die übrigen aber fassten seine Sklaven, misshandelten und töteten sie. Der König aber war zornig und sandte seine Heere und brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt an. Dann sagt er zu seinen Sklaven, Die Hochzeit zwar ist bereit, die Geladenen aber waren es nicht wert. Geht nun hin an die Ausgangspforten der Wege, und so viele, als ihr auch findet, die ladet zu den Hochzeitsfeiern. Und jene Sklaven gingen aus, an die Wege und sammelten alle, die sie fanden, böse als auch gute, und es füllte sich die Hochzeit mit denen, die zu Tische liegen. Da aber der König hineinkam, anzuschauen die zu Tische liegenden, gewahrte er da selbst einen Menschen, der hatte keinen Hochzeitsrock angezogen, und er sagte zu ihm, Kamerad, wie kamst du hier herein und hast keinen Hochzeitsrock? Er aber verstummte. Dann sagte der König zu seinen Dienern, Bindet ihm Füße und Hände und werfet ihn hinaus in die äußere Finsternis. Dort wird sein das Jammern und Knirschen der Zähne, denn viele sind berufen, weniger aber auserwählt. Dann, da die Pharisäer gegangen waren, hielten sie eine Beratung, damit sie ihm eine Falle stellten in einem Worte. Und sie schickten zu ihm ihre Jünger mit den Herodianern, die sagen, Lehrer, wir wissen, dass du wahr bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und kümmerst dich um niemand, denn du blickest nicht auf das Angesicht der Menschen. Sage uns nun, was dünkt dich? Ist es erlaubt, dem Kaiser Kopfsteuer zu geben oder nicht? Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sagte er, Was versucht ihr mich, Heuchler? Zeiget mir die Münze der Kopfsteuer. Sie aber bringt zu ihm ein Denar und er sagt zu ihnen, Wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie sagen, Des Kaisers. Dann sagt er zu ihnen, Bezahlet nun das des Kaisers ist, dem Kaiser, und das, was Gottes ist, Gott. Und da sie ihn hören, staunen sie und lassen ihn und gehen davon. An jenem Tage kam zu ihm Sadduzea, die da sagen, es sei keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sagten, Lehrer, Moses sagte, so jemand stirbt und hat keine Kinder, so soll sein Bruder als Schwager sein Weib heiraten und Samen aufstellen seinem Bruder. Es waren aber bei uns sieben Brüder und der erste heiratete und verschied und da er keinen Samen hatte, ließ er sein Weib seinem Bruder. Gleicherweise auch der zweite und der dritte bis hin zu dem siebten. Zuletzt aber von allen starb das Weib. In der Auferstehung nun, wessen der sieben wird das Weib sein? Denn alle haben sie gehabt. Als Antwort aber sagte Jesus zu ihnen, ihr irret, da ihr die Schriften nicht wisset noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung heiraten sie weder noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Boten Gottes im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten anbetrifft, laset ihr nicht, was zu euch von Gott geredet ward, da er sagt, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Nicht ist er der Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und da die Scharen ihn hörten, verwunderten sie sich über seine Lehre. Da aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzeer zum Verstummen gebracht, versammelten sie sich an demselben Ort. Und einer aus ihnen, ein Gesetzesgelehrter, fragte ihn versuchend, Lehrer, welches ist das große Gebot im Gesetz? Er aber entgegnete ihm, lieben sollst du den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Denkart. Dies ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Lieben sollst du deinen Nächsten wie dich selbst. In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Da aber die Pharisäer versammelt waren, frug Jesus sie und sagte, Was dünkt euch um den Christus, wessen Sohn ist er? Sie sagten zu ihm, Davids. Er sagt zu ihnen, Wie heißt nun David ihm im Geiste den Herrn, da er sagt, Es sagte der Herr zu meinem Herrn, Setze dich zu meiner Rechten, bis ich sollte legen deine Feinde unten unter deine Füße. Wenn nun David ihn den Herrn heißt, wie ist er sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten, noch wagte jemand von jenem Tage an, ihn noch länger zu fragen. Dann spricht Jesus zu den Scharen und seinen Jüngern und sagt, Auf Moses Stuhl sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles nun, so viel, als sie euch sollten sagen, tut und haltet es. Nach ihren Werken aber, tut nicht. Denn sie sagen es und tun es nicht. Sie binden aber schwere und unerträgliche Lasten und legen sie auf die Schultern der Menschen. Sie aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Alle ihre Werke aber tun sie, um angeschaut zu werden von den Menschen, denn sie verbreitern ihre Denkzettel und vergrößern die Quasten. Sie haben aber gerne den ersten Liegeplatz bei den Gastmählern und die Vordersitze in den Synagogen und die Begrüßungen in den Märkten und von den Menschen Rabbi geheißen zu werden. Ihr aber solltet nicht Rabbi geheißen werden, denn einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brüder. Und ihr solltet keinen von euch auf Erden Vater heißen, denn einer ist euer Vater, der Himmlische. Noch solltet ihr Lehrmeister geheißen werden, da euer Lehrmeister einer ist, der Christus. Der Größere aber unter euch soll sein euer Diener. Wer aber sich selbst wird erhöhen, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst wird erniedrigen, der wird erhöht werden. Wehe aber euch Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, dass ihr verschließet das Königreich der Himmel vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein, noch lasst ihr hineingehen, die da hineingehen. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, dass ihr umzieht das Meer und das Trockene, um einen Proselyten zu machen, und wenn er es wird, so macht ihr ihn zu einem Sohn der Gehenna, mehr als doppelt so viel als ihr. Wehe euch, blinde Leiter, die da sagen, wer da sollte schwören bei dem Tempel, das ist nichts, wer aber sollte schwören bei dem Golde des Tempels, der ist es zu halten schuldig. Toren und Blinde, denn was ist größer, das Gold oder der Tempel, der da heiligt, das Gold? Und wer da sollte schwören bei dem Altar, das ist nichts. Wer aber sollte schwören bei der Nahgabe, die da rauf ist, der ist es zu halten schuldig. Toren und Blinde, denn was ist größer, die Nahgabe oder der Altar, der da heiligt die Nahgabe? Der nun schwört bei dem Altar, der schwört bei ihm und bei allem, was da rauf ist. Und der, der schwört bei dem Tempel, der schwört bei ihm und bei dem, der ihn bewohnt. Und der, der schwört bei dem Himmel, der schwört bei dem Throne Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, dass ihr verzehntet die Pfefferminze und den Dill und den Kümmel und lasst das Gewichtigere des Gesetzes, das Gericht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Dieses aber musstet ihr tun und jenes nicht lassen, blinde Leiter, die dadurch seien die Mücke, das Kamel aber verschlingen. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, dass ihr reinigt das Auswendige des Bechers und Tellers, inwendig, aber sind sie randvoll von Raub und Unenthaltsamkeit. Blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers und Tellers, dass auch das Äußere derselben rein werde. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, dass ihr gleichet den getünchten Griften, die zwar von außen schön verziert erscheinen, inwendig, aber sind sie randvoll von den Gebeinen der Toten und jeder Unreinheit. Also auch erscheint ihr den Menschen zwar von außen gerecht, inwendig, aber seid ihr gedunsen von Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, dass ihr baut die Grifte der Propheten und schmücket die Gräber der Gerechten und sagt, wenn wir wären gewesen in den Tagen unserer Väter, wir würden nicht ihre Gemeinschafter sein an dem Blute der Propheten. Daher bezeugt ihr euch selber, dass ihr Söhne seid derer, die da morden die Propheten und ihr machet voll das Maß eurer Väter. Schlangen, Otternbrut, wie möget ihr fliehen vor dem Gericht der Gehenna? Deshalb siehe, ich schicke zu euch Propheten und Weiser und Schriftgelehrte. Von ihnen werdet ihr etliche töten und kreuzigen und von ihnen etliche Geißeln in euren Synagogen und sie verfolgen von Stadt zu Stadt, damit auf euch komme alles gerechte Blut, vergossen auf Erden. Von dem Blute Abels, des Gerechten, bis auf das Blut Zacharias, des Sohnes Bacharias, den ihr mordetet zwischen dem Tempel und Altar. Wahrlich, ich sage euch, eintreffen wird dies, alles über diese Generation. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr geschickt sind. Wie oft will ich deine Kinder versammeln in der Weise, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter den Flügeln, und ihr wollt nicht. Siehe, öde gelassen wird euch euer Haus, denn ich sage euch, nimmer möget ihr mich von jetzt an gewahren, bis das ihr sollt sagen, Gesegnet sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Und da er herauskam, ging Jesus von der Weihestätte, und es kamen seine Jünger herzu, ihm zu zeigen, die Gebäude der Weihestätte. Als Antwort aber sagte er zu ihnen, Erblicke dir nicht dieses alles? Wahrlich, ich sage euch, keinesfalls mag hier Stein auf Stein gelassen werden, den man nicht abbrechen wird. Da er aber saß auf dem Ölberg, kamen zu ihm die Jünger für sich und sagten, Sage uns, wann wird dieses sein, und welches ist das Zeichen deiner Anwesenheit und des Abschlusses des Äons? Und als Antwort sagte Jesus zu ihnen, Hütet euch, dass niemand euch irre führe, denn viele werden kommen in meinem Namen und sagen, ich bin der Christus und werden viele Irre führen, ihr aber werdet künftig hören Schlachten und Kunde von Schlachten. Sehe zu, seid nicht bestürzt, denn es muss so geschehen, jedoch, es ist noch nicht die Vollendung, denn erweckt wird werden Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich und werden sein Hungersnöte und Erdbeben stellenweise. Alle diese aber sind der Anfang der Wehen, dann werden sie euch überliefern in Drangsal und werden euch töten, und ihr werdet gehasst sein von allen Nationen um meines Namens willen, und dann werden viele in den Fallstrick geraten und werden einander verraten und einander hassen. Und erweckt sollen werden viele falsche Propheten und werden irreführend viele. Und darum, dass sich die Gesetzlosigkeit vermehrt, wird die Liebe der vielen erkalten. Der aber ausharrt bis zur Vollendung, dieser wird gerettet werden. Und man wird herolden dies Evangelium vom Königreich auf der ganzen Wohnerde zum Zeugnis allen Nationen, und dann wird eintreffen die Vollendung. Wenn ihr nun gewahret den Gräuel der Verödung, von dem geretet es durch Daniel den Propheten, stehend an heiliger Stätte, wer es lieset, begreife es, dann lasset die in Judäa fliehen in die Berge. Der auf dem Flachdach, steige nicht herab, aufzunehmen die Sachen aus seinem Hause. Und der in dem Felde ist, wende sich nicht um, hinter sich aufzunehmen sein Überkleid. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Betet aber, auf das eure Flucht nicht geschehe im Winter, noch an einem Sabbat. Denn dann wird sein große Drangsal, derart, wie sie nicht geschehen ist von Anfang der Welt bis nun, noch nimmermehr soll geschehen. Und wenn nicht wurde abgezogen von jenen Tagen, nichts würde gerettet von allem Fleisch. Um der Auserwählten willen, aber wird abgezogen werden von jenen Tagen. Dann so jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus, oder hier, so sollt ihr es nicht glauben. Denn erweckt sollen werden falsche Christi und falsche Propheten und von sich geben große Zeichen und Wunder, so dass sie irre führten, wenn möglich, auch die Auserwählten. Siehe, angesagt habe ich es euch vorher. So sie nun zu euch sagen, siehe, in der Wildnis ist er, so möget ihr nicht hinausgehen. Siehe, in den Kammern, so solltet ihr es nicht glauben. Denn ebenso wie der Blitz ausgeht vom Osten und erscheint bis zum Westen, also wird sein die Anwesenheit des Sohnes des Menschen. So irgendwo wo der Leichnam ist, dort werden sich versammeln die Geier. Geradewegs aber nach der Drangsa jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden fallen vom Himmel und die Mächte der Himmel erschüttert werden. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Sohnes des Menschen im Himmel und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden sehen den Sohn des Menschen kommend auf den Wolken des Himmels mit Macht und viel Herrlichkeit. Und schicken wird er seine Boten mit der Posaune lauten Tones und sie werden versammeln seine Auserwählten aus den vier Winden vom Äußersten der Himmel bis zu ihrem Äußersten. Von dem Feigenbaum aber lerne das Gleichnis. Wenn schon sein Zweig weich wird und die Blätter hervorsprossen, dann erkennet ihr, dass nahe der Sommer ist. Also auch ihr, wenn ihr alles dieses gewahret, so erkennet, dass er nahe ist an den Türen. Wahrlich, ich sage euch, nimmer mag diese Generation vergehen, bis das alles dieses sollte geschehen. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber mögen nimmer vergehen. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, weder die Boten der Himmel noch der Sohn, außer dem Vater allein. Denn ebenso wie die Tage Noas, also wird sein die Anwesenheit des Sohnes des Menschen. Denn wie sie waren in jenen Tagen, denen vor der Flut, kauend und trinkend und heiratend und verheiratend, bis zu dem Tage, an dem Noah einging in die Arche und erkannten es nicht, bis da kam die Flut und hob sie allesamt auf. Also wird sein die Anwesenheit des Sohnes des Menschen. Dann werden zwei sein im Felde. Einer wird mitgenommen und einer wird gelassen. Zwei, die da malen mit dem Mühlstein, eine wird mitgenommen und eine wird gelassen. So wachet nun, da ihr nicht wisset, welchen Tag euer Herr kommt. Jenes aber erkennet ihr, wenn der Hausherr hätte gewusst, zu welcher Wache der Dieb kommt, würde er wachen und ließe sein Haus nicht durchgraben. Deshalb auch ihr, werdet bereit, denn zu der Stunde, die euch nicht düngt, kommet der Sohn des Menschen. Wer ist wohl der treue und besonnene Sklave, den der Herr einsetzt über sein Gesinde, ihm die Nahrung zu geben, zur rechten Zeit. Glückselig jener Sklave, den sein Herr, wenn er kommt, finden wird, also tun. Wahrlich, ich sage euch, über all sein Besitz wird er ihn einsetzen. So aber jener üble Sklave sagt in seinem Herzen, es verziert, mein Herr, und beginnt zu schlagen seine Mitsklaven, isst es aber und trinkt mit den Berauschten, so wird der Herr jene Sklaven eintreffen, an einem Tage, an dem er es nicht vermutet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in zwei schneiden und wird ihm sein Teil setzen mit den Heuchlern. Dort wird sein das Jammern und Knirschen der Zähne. Dann wird man vergleichen das Königreich der Himmel zehn Jungfrauen, die ihre Fackeln nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf besonnen. Denn die Törichten, ihre Fackeln nehmend, nahmen nicht Öl mit sich. Die Besonnenen aber nahmen Öl in den Behältern mit ihren Fackeln. Beim Verziehen aber des Bräutigams nickten sie alle ein und entschliefen. In der Mitte der Nacht aber ward ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam, kommt heraus ihm entgegen. Dann erwachten alle jene Jungfrauen und putzten ihre Fackeln. Die Törichten aber sagten zu den Besonnenen, Gebt uns ab von eurem Öl, da unsere Fackeln verlöschen. Als Antwort aber sagten die Besonnenen, Nein, damit nicht uns und euch nimmer genüge. Geht vielmehr zu den Verkäufern und kaufet für euch selbst. Da sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen ein mit ihm zu den Hochzeitsfeiern und die Tür ward verschlossen. Hernach aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Her, Her, öffne uns. Als Antwort aber sagte er, Wahrlich, ich sage euch, nichts weiß ich von euch. So wachet nun, da ihr nicht wisset den Tag noch die Stunde, denn es ist ebenso wie ein Mensch, der verreist. Er ruft seine eigenen Sklaven und übergibt ihnen sein Besitz und dem Eins war, gibt er fünf Talente, dem Anderen aber zwei, dem Anderen aber eins, einem jeglichen nach seiner eigenen Kraft und verreist geradewegs. Der aber die fünf Talente bekommt, geht hin und handelt mit ihnen und gewinnt andere fünf Talente. In derselben Weise auch der die zwei hat, auch er gewinnt andere zwei. Der aber das eine Talent bekommt, geht hin, gräbt in der Erde und verbirgt das Silber seines Heeren. Nach viel Zeit aber kommt der Herr jener Sklaven und rechnet mit ihnen ab. Und da Herr zukommt, der die fünf Talente bekommt, bringt er andere fünf Talente herzu und sagt, Herr, fünf Talente übergabst du mir, siehe, andere fünf Talente gewann ich zu ihnen. Sein Herr aber entgegnet ihm, Wohl, du guter und treuer Sklave, über wenigem warst du treu, über viel werde ich dich einsetzen. Gehe ein in die Freude deines Heeren. Da kommt aber auch Herr zu, der die zwei Talente bekommt und sagte, Herr, zwei Talente übergabst du mir, siehe, andere zwei Talente gewann ich zu ihnen. Sein Herr entgegnete ihm, Wohl, du guter und treuer Sklave, über wenigem warst du treu, über viel werde ich dich einsetzen. Gehe ein in die Freude deines Heeren. Da aber auch Herr zu kommt, der das eine Talent hat bekommen, sagte er, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mensch bist, erntend, wo du nicht sehst und sammelnd, von wo du nicht ausstreust und mich fürchtend ging ich hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Als Antwort aber sagte sein Herr zu ihm, Böser und Trägersklave, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht sehe und sammle, von wo ich nicht ausstreue. Nun musstest du mein Silber bei den Bankhaltern anlegen und da ich kam, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. So nehmt nun von ihm das Talent und gebt es dem, der da hat die zehn Talente. Denn jeden, der da hat, dem wird man geben und er wird Überfluss haben. Von dem aber, der nicht hat, auch was er hat, wird man von ihm nehmen. Und den unbrauchbaren Sklaven werfet hinaus in die äußere Finsternis. Dort wird sein das Jammern und Knirschen der Zähne. Wenn aber der Sohn des Menschen kommt in seiner Herrlichkeit und alle die heiligen boten mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und es werden versammelt sein vor ihm die Nationen alle und er wird sie sondern voneinander ebenso wie der Hürde die Schafe von den Zicklein sondert. Und er wird zwar die Schafe zu seiner Rechten stellen die Zicklein aber zu seiner Linken dann wird der König reden zu denen zu seiner Rechten I her 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 ihr gesegneten meines Vaters genieße das losteil des Königreiches das euch bereitet ist vom niederwurf der Welt an denn ich hungerte und ihr gabt mir zu essen mich dürstete und ihr tränket mich ein Fremdling war ich und ihr führt mich ins Haus nackend und ihr umhüllet mich ich war hinfällig und ihr besuchet mich ich war im kerker und ihr kam zu mir dann werden die gerechten als antwort ihm sagen her wann gewahrten wir dich hungernd und nährten dich oder dürstend und tränken dich wann aber gewahrten wir dich als fremdling und führten dich ins haus oder nackend und umhüllten dich wann aber gewahrten wir dich hinfällig oder im kerker und kam zu dir und als antwort wird der könig ihn erwidern wahrlich ich sage euch insofern als ihr es tatet einen dieser geringsten meiner brüder tatet ihr es mir dann wird er auch reden zu den zu seiner linken geht von mir ihr verfluchten in das äonische feuer das bereitet es dem widerwürger und seinen boden denn ich hungerte und ihr gab mir nicht zu essen mich dürstete und ihr tränket mich nicht ich war ein fremdling und ihr führet mich nicht ins haus nackend und ihr umhüllet mich nicht hinfällig und im kerker und ihr besuchet mich nicht dann werden auch sie antworten und sagen her wann gewahrten wir dich hungernd oder dürstend oder einen fremdling oder nackend oder hinfällig oder im kerker und wir dienten dir nicht dann wird er ihnen antworten und sagen wahrlich ich sage euch insofern als ihr es nicht tatet einem dieser geringsten tatet ihr es mir auch nicht und diese werden hingehen in äonische strafe die gerechten aber in äonisches leben und es geschah als jesus alle diese worte vollendet dass er sagte zu seinen jüngern ihr wisst dass nach zwei tagen das passer wird und der sohn des menschen wird überliefert damit er gekreuzigt werde dann wurden versammelt die priesterfürsten und die ältesten des volkes in den hof des priesterfürsten der der heißt kaifers und sie berieten dass sie jesum mit betrug sollten fassen und töten sie sagten aber nicht auf das fest auf das nicht ein tumult werde unter dem volke da sich aber jesus in betanien befand im hause simons des aussätzigen kam zu ihm ein weib die hatte ein alabasterfläschchen wertvollen würzöls und sie goss es auf sein haupt als er lag zu tische da aber seine jünger dies gewahren sind sie entrüstet und sagen zu was dieses umkommen denn man konnte dieses für viel veräußern und den armen geben da ist aber jesus erkannte sagte er zu ihnen was verursacht ihr mühsal dem weibe denn ein edles werk wirkt sie an mir denn immer habt ihr die armen bei euch mich aber habt ihr nicht immer denn diese da sie sprengt dies würzöl auf meinen körper tut es zu meiner bestattung wahrlich ich sage euch wo man auch dies evangelium hier rollten mag in der ganzen welt wird man auch sprechen von dem was diese tut zu ihrem gedenken dann ging einer von den zwölfen der da heißt judas der iskariote zu den priester fürsten und sagte was wollt ihr mir geben und ich werde ihn euch verraten sie aber wegen ihm da dreißig silberstücke und von dann an suchte er günstige gelegenheit auf dass er ihn verriete am ersten tage aber der ungesäuerten brote kam die jünger zu jesus und sagten zu ihm wo willst du dass wir für dich bereiten dass du das passer es ist er aber sagte geht hin in die stadt zu dem und dem und sage zu ihm der lehrer sagt meine gebührende zeit ist nah bei dir halte ich das passer mit meinen jüngern und es tun die jünger wie jesus mit ihnen abmacht und bereiten das passer das aber abend geworden lag er zu tische mit den zwölf jüngern und da sie aßen sagte er wahrlich ich sage euch einer von euch wird mich verraten und überaus betrübt fangen sie an zu ihm zu sagen ein jeglicher von ihnen ich bin es doch nicht etwa her als antwort aber sagte er der da eintaucht mit mir die hand in die schüssel dieser wird mich verraten der sohn des menschen geht zwar dahin so wie es geschrieben ward von ihm wer aber jene menschen durch den der sohn des menschen verraten wird schön wäre es ihm wenn er nicht geboren wäre jener mensch als antwort aber sagte judas der ihn verrät ich bin es doch nicht etwa rabbi sagt jesus zu ihm du sagst es da sie aber aßen nahm jesus das brot segnete und brach es und gab es den jüngern und sagte nehmt esset dies ist mein körper und er nahm den becher dankte und gab ihn ihnen und sagte trinket alle daraus denn dies ist mein blut des neuen bundes für viele vergossen zur erlassung von sünden ich aber sage euch nimmermehr sollte ich von jetzt an von diesem dem ertrag des weinstocks trinken bis zu jenem tage wenn ich ihn neu mit euch trinke im königreich meines vaters und lobsingend ging sie aus auf den ölberg dann sagt jesus zu ihnen ihr alle werdet in einen pfeilstrick geraten durch mich in dieser nacht denn es ist geschrieben ich werde erschlagen den hürden und versprengt sollen werden die schafe der herde nach meiner auferweckung aber werde ich euch vorangehen nach galiläa als antwort aber sagte petrus zu ihm wenn sie auch alle in einen pfeilstrick geraten durch dich so werde ich niemals in einen pfeilstrick geraten jesus entgegnete ihm wahrlich ich sage dir in dieser nacht ehe ein hahn kräht wirst du mich dreimal verleugnen sagt petrus zu ihm und wenn ich sterben müsste mit dir so werde ich dich nimmer verleugnen gleicherweise sagten auch alle die jünger dann kommt jesus mit ihnen zu einem freiacker benannt gezemane und er sagt zu seinen jüngern setzet euch bis dass ich dort hingehe und bete und er nimmt petrus und die zwei söhne des zebedois beiseite und beginnt betrübt und niedergedrückt zu sein dann sagt er zu ihnen tief betrübt ist meine seele bis zum tode bleibet hier und wachet mit mir und füdergehend ein klein wenig fällt er auf sein angesicht betet und sagt mein vater wenn es möglich ist so lasst diesen becher an mir vorüber gehen indes nicht wie ich will sondern wie du willst und er kommt zu den jüngern und findet sie schlafend und er sagt zu petrus also vermöget ihr nicht eine stunde mit mir zu wachen wachet und betet dass ihr nicht in anfechtung hinein kommt der geist zwar ist eifrig das fleisch aber schwach und da er wieder zum zweiten male hingeht betet er und sagt mein vater wenn es nicht möglich ist dass dieser becher an mir vorüber gehe so ich nicht trinke so geschehe dein wille und wiederum kommend fand er sie schlafend denn ihre augen waren beschwert und da er sie verlässt und wiederum hingeht betet er zum dritten mal und sagt dasselbe wort wiederum kommt er dann zu den jüngern und sagt zu ihnen schlaft hinfort und ruhet denn siehe genaht hat sich die stunde und der sohn des menschen wird überliefert in die hände der sünder erhebet euch gehen wir siehe er hat sich genaht der mich verrät und da er noch sprach siehe da kam judas einer der zwölfe und mit ihm ein zahlreicher haufe mit schwertern und knütteln von den priesterfürsten und ältesten des volks der ihn verrät aber gibt ihn ein zeichen und sagt welchen ich küssen sollte der ist es faßt ihn und geradewegs zu jesus kommend sagte er freue dich rabbi und küsst ihn zärtlich jesus aber sagte zu ihm mein kamerad wofür bist du hier dann kamen sie herzu und legten die hände an jesum und fassten ihn und siehe einer von denen die mit jesus sind streckt die hand aus reißt sein schwert hervor und schlägt auf den sklaven des priesterfürsten ein und haut ihm die ohrmuschel ab dann sagt jesus zu ihm wende dein schwert ab zu seinem ort denn alle die das schwert nehmen werden durchs schwert umkommen oder dünkt dich dass ich nicht könne meinem vater zu sprechen und er wird mir jetzt bereitstellen mehr als zwölf legionen boten wie nun würden die schriften erfüllt denn es muss also geschehen in jener stunde sagte jesus zu dem haufen wie über einen wegelagerer kommt ihr heraus mit schwertern und knütteln um mich zu greifen täglich habe ich gesessen in der weihstätte mit euch und gelehrt und ihr fastet mich nicht dieses ganze aber ist geschehen auf das erfüllt würden die schriften der propheten dann verließen ihn alle seine jünger und flohen die aber jesum fassten führten ihn ab zu kaifers den priesterfürsten wo die schriftgelehrten und die ältesten versammelt waren petrus aber folgte ihm von ferne bis zu dem hofe des priesterfürsten und inwendig hineinkommend setzte er sich mit den schergen auf das er den abschluss gewahre die priesterfürsten aber und die ältesten und das ganze synidrium suchten falsches zeugnis wieder jesum damit sie ihn zu tode brächten und fanden keins von vielen falschen zeugen die herzukamen fanden sie keins zuletzt aber kamen herzu zwei falsche zeugen und sagten dieser behauptet ich kann den tempel gottes abbrechen und binnen drei tagen ihn bauen und der priesterfürst stand auf und sagte zu ihm antwortest du nichts auf das was diese gegen dich zeugen Jesus aber schwieg stille und als antwort sagte der priesterfürst zu ihm ich beschwöre dich bei dem lebendigen gott dass du uns sagest ob du bist der christus der sohn gottes sagt jesus zu ihm du sagst es indes sage ich euch von jetzt an werdet ihr sehen den sohn des menschen sitzen zur rechten der macht und kommend auf den wolken des himmels dann zerriss der priesterfürst seine kleider und sagte er lästert was bedürfen wir noch der zeugen siehe nun hört ihr seine lästerung was düngt euch als antwort aber sagten sie dem tode verfallen ist er dann spuckten sie ihm ins angesicht und schlugen ihn mit fäusten die ihm aber backenstreiche gaben sagten prophezeie uns christus wer ist es der dich haut betrus aber saß draußen im hof und es kam zu ihm eine magd und sagte auch du warst mit jesus dem galiläer er aber leugnet vor ihnen ein und sagt ich weiß nicht was du sagst da er aber herauskam in das tor gewahrte ihn eine andere und sagte zu denen die dort waren auch dieser war mit jesus dem nazarener und wiederum leugnet er mit einem eide nichts weiß ich von dem menschen nach einer kleinen weile aber kamen die umstehenden herzu und sagten zu petrus wahrhaftig auch du bist von ihnen denn auch deine sprache macht dich kenntlich dann beginnt er sich zu verdammen und zu schwören nichts weiß ich von dem menschen und sofort kräht ein hahn und es erinnert sich petrus des ausspruchs jesu dass er ihm angesagt ehe ein hahn kräht wirst du mich dreimal verleugnen und er ging hinaus und schluchzte bitterlich da es aber morgen ward hielten alle die priesterfürsten und ältesten des volks eine beratung wieder jesum auf das sie ihn zum tode brächten und ihn bindend führten sie ihn ab und überlieferten ihn dem pontius pilatus dem landpfleger dann da judas der ihn verriet gewahrte dass er verurteilt war bereute er es und wandte die dreißig silberstücke dem priesterfürsten und den ältesten wieder zu und sagte ich sündigte denn ich verriet unschuldiges blut sie aber sagten was ist das uns du solltest dazu sehen und er schleuderte die silberstücke in den tempel macht sich davon geht hin und er hängt sich die priesterfürsten aber nahmen die silberstücke und sagten es ist nicht erlaubt sie in den korbern zu werfen weil es der preis des blutes ist sie halten aber eine beratung und kaufen mit ihnen das feld des töpfers zum begräbnis der fremdlinge darum hieß man jenes feld das feld des blutes bis auf den heutigen tag dann ward erfüllt das geredet ist durch jeremia den propheten der da sagt und sie nahmen die dreißig silberstücke den preis des so bewerteten den sie bewerteten von den söhnen israels und sie geben sie für das feld des töpfers so wie der herr mit mir abmacht jesus aber stand vor dem landpfleger und es fragt ihn der landpfleger und sagt du bist der könig der juden jesus aber entgegnete ihm du sagst es und da er verklagt war von den priesterfürsten und ältesten antwortete er nichts dann sagt pilatus zu ihm du hörst nicht wie vieles sie gegen dich zeugen und er antwortete ihm auch nicht auf einen einzigen ausspruch so dass der landpfleger sehr erstaunt ist auf das fest aber hatte der landpfleger die gewohnheit der schar einen häftling loszulassen welchen sie wollten sie hatten aber damals einen verrufenen häftling benannt barabbas da sie sich nun versammelt hatten sagte pilatus zu ihnen welchen wollt ihr dass ich euch loslasse barabbas oder jesus der benannt wird christus denn er wusste dass sie ihn aus neid überliefert hatten da er aber auf der richterbühne saß schickte zu ihm sein weib und sagte nichts sei zwischen dir und jenem gerechten denn vieles litt ich heute im traumgesicht um seinet willen die priesterfürsten aber und ältesten überredeten die scharen dass sie sollten den barabbas erbitten aber jesus umbringen als antwort aber sagte der landpfleger zu ihnen welchen wollt ihr von den zweien dass ich euch loslasse sie aber sagten den barabbas sagt pilatus zu ihnen was soll ich nun tun mit jesus der benannt wird christus sie sagen alle gekreuzigt werde er der landpfleger aber entgegnet was tut er denn übles sie aber schrien übermäßig und sagten gekreuzigt werde er da aber pilatus gewahrte dass es nichts nützt sondern umso mehr tumult wird nahm er wasser und wusch die hände ab vor der schar und sagte unschuldig bin ich am blute dieses gerechten sehet ihr dazu und als antwort sagte das gesamte volk sein blut sei auf uns und unseren kindern dann ließ er ihn den barabbas los jesus aber ließ er peitschen und überlieferte ihn dass er gekreuzigt werde dann nahmen die krieger des landpflegers jesus mit in das praetorium und versammelten die ganze truppe um ihn und zogen ihn aus und legten einen scharlachnen mantel um ihn und flochten ein kranz aus dornen und setzten ihn auf sein haupt und ein rohr in seine rechte und fielen vor ihm auf die knie höhnten ihn und sagten freue dich könig der juden und auf ihn spuckend nahmen sie das rohr und schlugen auf sein haupt und als sie ihn verhöhnt hatten zogen sie ihn den mantel aus und zogen ihm seine kleider an und führten ihn ab ihn zu kreuzigen da sie aber hinauskam fanden sie einen menschen ein kirönia namens simon diesen zwang sie dass er sein kreuz aufnehme und da sie gekommen zur stätte die da heißt golgatha welche geheißen ist schädelstätte gaben sie ihm wein zu trinken mit galle vermischt und als er geschmeckt hat will er nicht trinken als sie ihn aber gekreuzigt hatten verteilten sie seine kleider und warfen das los und sie saßen und hüteten ihn dort und sie setzten seine schuld geschrieben oben über sein haupt dies ist jesus der könig der juden dann werden zwei wegelagerer mit ihm gekreuzigt einer zur rechten und einer zur linken die aber vorbeiging lästerten ihn schüttelten ihre häupter und sagten der du abbrichst den tempel und in drei tagen baust rette dich selber wenn du gottes sohn bist so steige herab vom kreuze gleicherweise höhnten auch die priesterfürsten mit den schriftgelehrten und ältesten und sagten andere rettet er sich selber kann er nicht retten ist er der könig von israel so steige er nun herab vom kreuz und glauben werden wir an ihn er vertraut auf gott der berge ihn nun wenn er ihn will denn er sagte ich bin gottes sohn aber mit demselben schmähten ihn auch die Wegelagerer die mit ihm gekreuzigt waren von der sechsten Stunde aber ward Finsternis über das gesamte Land bis zur neunten Stunde um die neunte Stunde aber schrie Jesus auf mit lauter Stimme und sagte Eloi Eloi Lema Sabachtani dies ist mein Gott mein Gott warum hast du mich verlassen einige aber von denen die dort standen sagten da sie es hörten den Elias ruft dieser und geradewegs lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm füllte ihn auch mit Essig legte ihn um ein Rohr und tränkte ihn die übrigen aber sagten lass sein mögen wir gewahren ob Elias kommt und ihn rettet ein anderer aber nahm eine Langspitze und durchbohrte seine Seite und heraus kam Wasser und Blut Jesus aber schrie wiederum mit lauter Stimme und entließ den Geist und siehe der Vorhang des Tempels war zerrissen in zwei Teile von oben bis unten und die Erde bebte und die Felsen wurden gespalten und die Gräber aufgetan und viele Körper der schlummernden Heiligen erwachten und kamen heraus aus den Gräbern nach seiner Auferweckung und kamen hinein in die heilige Stadt und erschienen vielen der Hauptmann aber und die mit ihm die Jesus hüteten da sie gewahrten das Erdbeben und was da geschah fürchteten sie sich gar sehr und sagten wahrhaftig dieser war Gottes Sohn es waren aber auch dort viele Frauen von Ferne zuschauend welche Jesu folgten von Galiläa ihm dienend unter welchen war Maria die Magdalenerin und Maria die Mutter des Jakobus und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedois da es aber Abend ward kam ein reicher Mensch von Arimatia namens Josef der auch selber ein Jünger Jesu wurde dieser kam zu Pilatus und bat um den Körper Jesu dann befahl Pilatus ihm den Körper herzugeben und Josef nahm den Körper faltete um ihn eine reine Leinwand und legte ihn in sein neues Grab das er hat in den Felsen gehauen und er wälzte herzu einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon Miriam aber die Magdalenerin war dort und die andere Maria sitzen vor der Gruft am Morgen aber der nach dem Vorbereitungstag ist waren die Priesterfürsten und Pharisäer mit Pilatus versammelt und sagten her wir erinnern uns sichert es so gut wie ihr wisst sie aber ging hin und sicherten die Gruft und versiegelten den Stein mit der Wache es war aber der Abend der Sabbate da es nun dämmert zu einem der Sabbat Tage kam kam Maria die Magdalenerin und die andere Maria anzuschauen die Gruft und siehe es ward ein großes Erdbeben denn ein Bote des Herrn der herabstieg aus dem Himmel und herzukam wälzte den Stein weg von der Tür und setzte sich oben auf ihn sein Aussehen aber war wie der Blitz und sein Anzug weiß als wie Schnee aus Furcht vor ihm aber bebten die Hüter und wurden wie Tote als Antwort aber sagte der Bote zu den Frauen fürchtet ihr euch nicht denn ich weiß dass ihr Jesum den Gekreuzigten sucht nicht hier ist er denn er ward auferweckt so wie er gesagt hat herzu gewahret die Städte wo der Herr lag und geht schnell und saget seinen Jüngern er ward auferweckt von den Toten und siehe er geht euch voran nach Galiläa dort werdet ihr ihn sehen siehe ich sagte es euch und sie gingen schnell davon vom Grabe mit Furcht und großer Freude und liefen es zu verkünden seinen Jüngern wie sie aber gingen es zu verkünden seinen Jüngern siehe auch da begegnete ihnen Jesus und sagte freut euch sie aber kamen herzu fassten seine Füße und beteten an vor ihm dann sagt Jesus zu ihnen fürchtet euch nicht geht hin verkündet es meinen Brüdern auf dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen da sie aber hingingen siehe da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündeten den Priesterfürsten sämtliches was da geschah und da sie versammelt waren mit den Ältesten hielten sie auch eine Beratung gaben Silberstücke genug den Kriegern und sagten saget seine Jünger kamen des Nachts und stahlen ihn da wir im Schlummer lagen und so dies von dem Landpfleger gehört wird werden wir ihn überreden und machen dass ihr unbesorgt sein könnt sie aber nahmen die Silberstücke und taten so wie man sie lehrte und dies Wort wird ausgesprengt bei den Juden bis auf den heutigen Tag die Elf Jünger aber ging nach Galiläa auf den Berg wo Jesus es ihnen anordnet und ihn gewahrend beteten sie an vor ihm aber sie zauderten und herzukommend sprach Jesus zu ihnen und sagte mir ward gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf Erden indem ihr nun hingeht mache zu Jüngern alle die Nationen sie taufend in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehren zu halten alles so viel als ich euch gebiete und siehe ich bin mit euch alle Tage bis zum Abschluss des Äons Amen Schau in welchem Leid die Menschen gefangen sind alles nur wegen Lügen die sie fälschlicherweise für die Wahrheit halten wodurch sie von einem Leben mit Sinn getrennt sind was ist dir lieber a mach es dir in der Haft bequem die Frucht der Bequemlichkeit wird in Deuteronomium Kapitel 28 Vers 15 bis 68 Unglück wird euch begleiten ihr werdet Kinder zeugen aber sie werden euch nicht gehören sondern als Gefangene weggeführt werden ihr werdet ständig um euer Leben zittern müssen und euch keinen Augenblick sicher fühlen denn alles was ihr erlebt wird euch immer neue Angst einjagen was ist dir lieber b hilf mit sei das eine Prozent das losläuft möchtest du möchtest du zu den Menschen ausgehen damit ihnen der gerade Weg gezeigt wird die Frucht dieser Mühen wird in Matthäus Kapitel 11 Vers 5 beschrieben blinde sehen gelähmte gehen aussätzige werden geheilt taube hören tote werden wieder lebendig und den Arm wird die rettende Botschaft verkündet hilf mit diese Welt zu verändern bestelle dieses Heft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de und reiche es an deine nächsten weiter kehre um und bleib auf dem geraden Weg klicke auf der Webseite fibelzeit.de einfach auf dem Menüpunkt kostenlos bestellen und du wirst sofort zum Bestellformular weitergeleitet wenn du Lust hast bestell ein einzelnes Heft für dich oder mehrere Hefte zum Weiterreichen also dann ich danke dir für deine Aufmerksamkeit verlebe frohe Stunden im Kreis der Liebsten und Nächsten und denke immer daran du bist wertvoll und wirst geliebt bedenke was im zweiten Timotheus Kapitel 4 Vers 3 steht denn es wird eine Zeit kommen da wird man die gesunde Lehre unerträglich finden und sich nach eigenen Gelüsten Lehrer über Lehrer beschaffen von von der Wahrheit dagegen wird man die Ohren abkehren und sich den Fabeln zuwenden es ist der Unglaube der das Gute und Richtige verdreht verzehrt und verspiegelt es ist der Glaube an den Weg die Wahrheit und das Leben der Einheit Freiheit und Frieden ermöglicht Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de Fibelheft